Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir dein Miesen, der ein Tour-de-France-Poster hochhält. Von der Strecke. Und ich bin Ingo Quendler. Ja, wir sind hier im Provisorium sozusagen, also in einem Übergangsstudio, wo ich vergessen habe, hinten das Fenster zuzumachen, was mir gerade auffällt. Ist doch egal. Wir müssen improvisieren, improvisieren. Ja. Dann mache ich jetzt das Fenster zu. Jetzt muss ich quatschen, während du das Fenster zumachst. Was soll ich denn entertainen? Also eigentlich war diese Folge ja gar nicht geplant, aber jetzt bin ich einmal kurz aus dem Urlaub aus Dänemark in Deutschland gelandet, bin einmal kurz Fahrrad gefahren und bevor ich jetzt in Flieger steige, habe ich gesagt, wir reden nochmal über die Tour de France. Und du hast es auch gesagt, dass wir über die Tour de France reden. Genau. Und die Tour de France, aber jetzt greifen wir dem wahrscheinlich vor, wir haben null miteinander kommuniziert, wie du es fandst, wie ich es fand. Null. Naja, vor allem hast du jetzt gerade irgendwie noch einfach so in einem glimpflichen Verkehrsunfall verwickelt und bist eine halbe Stunde später hier angekommen, sodass wir wirklich gar keine Zeit für ein Vorgespräch hatten und jetzt noch nicht mal Zeit hatten, die Sendung abzubrechen, um nochmal neu zu starten. Also so muss es auch mal sein. Aber die Tour de France, dem greifen wir glaube ich jetzt mal vor, ist es auch wert, mal kurz drüber zu reden. Also wenn dies nicht wert ist, wir werden berichten. Also wir haben ein paar Themen. Ich habe ein bisschen über meinen Frankreich-Urlaub, da hatte ich ja meinen Rad mit, ein bisschen was zu erzählen. Ich habe kurz das Thema Fun-Move-Pleite, wo ich gar nicht weiß, ob du das mitbekommen hast. Ah, nichts mitbekommen. Ich war in Dänemark. Würde ich aber gerne drüber sprechen. Habe ich ein paar, habe ich auch einen schönen Artikel, den ich verlinken kann. Und dann geht es um die Tour de France. Das Ganze sehr spontan, weil wir eigentlich gesagt haben, wir sind in der Sommerpause oder du bist zumindest in der Sommerpause, bist weg bei der Tour de Weid. Und jetzt hat es sich aber ergeben, dass wir es irgendwie noch hinkriegen, uns hier ein Stündchen oder zwei zusammenzusetzen. Gleichzeitig zieht unser Videostudio um, deswegen jetzt hier das neue Studio. Also alle, die dieses Chaos eben jetzt miterlebt haben, nochmal bei YouTube gucken, damit ihr seht, dass es anders aussieht als vorher. Jetzt liegen wir hier so ein bisschen mit den anderen Leuten am Strand im Hintergrund. Ich habe auch nur fünf Urlaubsbilder im Hintergrund. Du hast extra einen gelben Sonnenschirm fotografiert. Ja, genau. Für die Tour de France-Folge. Ja, das ist das führende Pärchen. Stimmt. Jetzt, wo du es saßt. Ja. Als wäre es so gewollt gewesen. Nee, also schön, dass ihr alle nochmal eingeschaltet habt. Danach die Folgen, muss er mal gucken. Vielleicht mache ich mal eine Folge alleine mit so einem Thema, wie ich meine Gesundheit track und so. Das wird ganz interessant. Wenn ich dann alleine eine Folge mache, dann hören ja wahrscheinlich auch nur die Hälfte der Leute zu, gehe ich von aus. Vielleicht schicke ich dir einfach ein paar WhatsApp-Nachrichten. Genau, vielleicht ein paar Sprachnachrichten von Dan, was auch immer. Wir schaffen. Bevor es losgeht, jetzt noch ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Ja, heute wieder mit dabei, AG1. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, Routinen. Darum geht es auch bei AG1. Ja, und jeder hat so seine Routinen. Ich habe zum Beispiel die Routine seit, ja, letzten Spätsommer habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Ganz klein angefangen, wurde immer mehr. Ja, und das ist jetzt eine Routine, ja, die ich nicht mehr missen will. Zwei-, dreimal die Woche ein paar Klimmzüge, ein paar Liegeschütze, was auch immer. Ja, und auch beim Frühstück habe ich so meine Routinen. Dann aufstehen, ja, erst mal ein Glas Wasser trinken, dann bereite ich mein Müsli zu, Kaffee gehört mit dazu und so weiter. Und auch seit, ja, nun knapp über zwei Jahren schon gehört bei mir auch AG1 eigentlich immer mit zur täglichen Routine. Ja, und ihr habt eine sehr einfache Zubereitung. Einfach einen Messlöffel nehmen, ja, in den Becher rein, in den Shaker rein, schütteln und trinken. Ja, und ganz oft landet gerade bei mir auch das AG1 immer als Beilage direkt mit dem Müsli. Die leichte, angenehme, süße Schärfe, aber ohne, dass Zucker da drin ist. AG1 hat insgesamt 75 Inhaltsstoffe. Ihr habt zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, ja, und einiges mehr. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, AG1 vielleicht auch mal auszutesten, ja, risikofrei möglich. Ja, das Angebot findet ihr unter drinkag1.com-enjoyyourbike. Ja, und beim Abschluss eines Abos gibt es zusätzlich noch fünf Travelpacks und einen Jahresvorrat Vitamin D3 K2, wenn ihr diesen Link aufruft. Da findet ihr auch noch viele Infos. Guckt euch auch mal die Zutatenliste an und dann seht ihr das auch mit den echten Lebensmitteln. Also vielleicht auch sehr interessant, sich das mal durchzulesen. Ja, drinkag1.com-enjoyyourbike. Ich verlinke das unten in den Shownotes. Vielen Dank an AG1 für die Unterstützung. Ja, da sind wir wieder. Wie gesagt, wir treffen uns jetzt hier, haben eine Tasse Kaffee befüllt, aber mehr haben wir auch noch nicht gesprochen. Wie war dein Urlaub? Wie erwarten, sensationell schön, weil ich ja Dänemark immer so eine Campingnummer mache am Norden. Und es gibt auch eine Überraschung, die ich jetzt noch dazu sagen kann. Also wir zelten da halt immer, das ist immer so eine kleine Episode. Das war jetzt auch geplant, dass ich da, bevor ich auf lange Reise in Kanada bin, das noch mache. Und was mir dieses Jahr aufgefallen ist, ich habe ja letztes Jahr in dem Dänemark-Urlaub von diesem Tile-Hunting erfahren. Dann ist mir klar geworden, dass ich das ja erst vor einem Jahr als Tipp von einem Zuschauer und Zuhörer bekommen habe. Und dann war ich dieses Jahr da und dann hatte ich die Idee, ach mal gucken, wo ich noch nie war. Ja, das ist ja erschreckend, wo man noch nicht war, obwohl man da schon 20 Mal war. Und das ist ja tatsächlich, ich greife dem heute ausnahmsweise mal vor, aber das muss mein Pick nochmal werden, dass ihr im Urlaub, obwohl ihr da vielleicht ganz oft wart, das nochmal in Erinnerung ruft, dass man, wenn man ja dieses Tile-Hunting macht, ja zwangsläufig in Gebiete kommt, wo man noch nicht war und obwohl man da schon oft war in dem Urlaubsgebiet, dann neue Sachen entdeckt. Und so war es diesmal auch und es war sensationell. Also es war sensationell, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass ich hier schon 20 Mal an der nördlichsten Spitze in Dänemark war, so groß ist doch das gar nicht. Und dann haben wir immer so sechs, sieben, acht Kilometer Wanderungen gemacht, ganz viele, so Kleinigkeiten, aber es war wirklich sensationell. Also ich muss nochmal vielmal Danke sagen, man kann dieses Tile-Hunting ja belächeln und total dämlich finden, aber wenn man das als Spiel nimmt und dann sagt, naja, ich komme ja definitiv irgendwo hin, wo ich noch nie vorher war und so ist es ja, das ist toll. Ja, und das hast du aber alles heimlich gemacht, bei Strava habe ich nichts gesehen. Naja, ich lade meine Urlaubsachen ja nicht hoch. Ich habe auch Tile-Hunting gemacht auf der Fahrt von der Atlantikküste nach Hannover an jeder Ladestation. Dann bin ich anderthalb Kilometer gejoggt. Und das hast du nicht hochgeladen oder hast du hochgeladen? Doch, habe ich sogar witzigerweise hochgeladen, aber der Witz ist ja, da sammelst du ja nur ein Quadrat ein. Aber wenn du irgendwann mal auf die Weltkarte guckst, hast du zumindest so ein paar Punkte, wo noch was drin ist. Ja, aber es gab zum Beispiel auch so Gebiete, wo man nur reinwandern durfte, wo auch Fahrradfahren verboten war und so auch in diesen, wie nennt man das, hinter den Dünen, die Gegend. Und da gab es auch Aussichtspunkte hinter den Dünen, wo man sagt, das ist ja krass, wenn du dieses Tile-Hunting nicht machen würdest, würdest du dieses, das würdest du niemals im Leben finden und entdecken. Aber da sind dann so Beobachtungspunkte für Leute, die praktisch Vögel beobachten und all so Sachen. Das ist ja trotzdem sensationell, aber da ist ja keine Socke. Keiner ist da. Also die Touristen sind halt einfach nicht da. Du bist halt der, der in dieser Tile-Hunting. Vielleicht wissen auch viele Leute gar nicht, worum es geht. Die müssen nochmal diese Folge dann nachhören. Das können wir ja auch nochmal verlinken unten und das Video kannst du ja vielleicht auch nochmal verlinken, wie wir das erklären. Ja, aber ich wollte jetzt damit auch gut sein lassen. Das war jedenfalls eine Überraschung, dass es ja erst ein Jahr später ist, nachdem ich das in Dänemark auch empfohlen bekommen habe von einem Zuhörer und dass ich jetzt ein Jahr später da praktisch jetzt Strecken neu entdeckt habe, obwohl ich da an der Spitze Dänemark schon... ...aufgemacht und hast wirklich nach Teils gesucht, wo du noch nicht warst. Oh, ich noch nicht warst. Und dann bist du mit dem Rad oder seid ihr gewandert? Nee, zu Fuß, zu Fuß, gewandert. Das ist ja der Witz an der Sache, das Gebiet ist ja gar nicht so groß. Jetzt gehört ihr ganz, ganz Nord-Dänemark. Also ich hatte jetzt ja gar nicht den Anspruch, da alles abzugrasen, was so geht. Aber selbst im Hafen von Skagen, da fehlte mir so eine kleine Fliese und dann dachte ich, naja, aber was hast du denn zu erwarten von dem Hafen in Skagen? Ja, war ich ja auch schon über 15 Mal. Also was soll ich denn da... Ja, ja, aber um diese kleine Fliese zu machen, machst du eine super coole Wanderung. Einmal komplett außen um diesen Hafen rumrum. Da würde man halt einfach sonst nie lang gehen. Das war aber auch wirklich toll. Ich rede jetzt viel zu euphorisch. Ich möchte euch da draußen einen Mehrwert bieten. Denkt nochmal dran, ihr plant ja automatisch Strecken, wo ihr noch nie wart. Und das ist mein Tipp. Und sonst, Wetter war gut. Fifty-fifty muss man sagen. Und da bin ich ja aber auch, ich mag das ja. Also ich finde das ja auch tatsächlich gut, mal im Zelt zu sein. Und jetzt hätte ich fast gesagt, draußen geht die Welt unter. Aber es wird dann mal, es regnet ja dann nicht zehn Stunden am Stück. Aber wenn es mal zwei Stunden richtig heftig regnet, liege ich auch, solange das Zelt trocken ist. Finde ich das eigentlich auch ganz knuffig. Das presselt ja dann so tierisch laut. Und man ist dann halt nicht in seiner gewohnten, sicheren Umgebung. Ja, aber da kann man ja super bei schlafen. Ich finde das toll. Ist das nicht hier so white noise-mäßig, so ein Geräusch, wo man bei einschlafen kann? Also es geht im Schlafzimmer schon. Fenster offen draußen, regnet es, finde ich geil. Ja. Wendet man auch ein. Also Fifty-fifty. Und ich freue mich, dass es dann nicht jetzt mal so ein super heißer Sommer war. Ja, denn super heiß erwartet mich jetzt gerade, wenn ich die Wettervorhersage für Amerika, dann Nordamerika sehe. Da ist ja momentan, Jonas Deichmann hat auch ein paar Sachen geschickt. Der fährt ja auch Fahrrad. Er hat auch gesagt, dass er tagsüber schon kaum noch Rad fahren kann, weil es zu heiß ist. Und naja, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen, dass man dann sagt, okay, man muss morgens viel machen und abends viel machen. Aber ihr seid doch in der Höhe, oder nicht? Naja, aber du kommst ja schon im Laufe der Strecke immer weiter weg vom Norden. Ja gut, wenn ihr denn im November im Süden ankommt. Ja, danke schön. Ja, und wir sind ja dann im heißesten Monat, im August. Das ist ja schon wirklich bloß. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so doof, wenn man in der Höhe unterwegs ist. Wir werden berichten und dann vielleicht schicke ich einfach mal ein paar Nachrichten. Mein Plan ist ja, dass ich irgendwie versuche, ich verspreche jetzt nichts, das erste Ziel ist, dass irgendwas bei Strava und bei Komoot auftaucht und der andere Kram, ob ich bei Instagram oder irgendwo was poste, das weiß ich noch gar nicht. Da habe ich mir keinen Kopf gemacht. Komoot ist vielleicht die allerwichtigste Adresse. Ah, okay. Und jetzt Gegenfrage, du warst bei der Tour de France. Ja, ja, genau. Ja, witzigerweise sind wir tatsächlich heute, wir nehmen heute an einem Montag auf. Gestern ist die Tour zu Ende gegangen. Gestern ist die Tour zu Ende gegangen und ich bin tatsächlich nicht weit weg davon, also wahrscheinlich, wer weiß, ich bin ja die Peripherie langgefahren. Wir sind gestern in einem Stück von der Atlantikküste über Paris wieder nach Hannover gefahren mit dem Auto, aber hatten keine Zeit oder wenn du so einen langen Ritt hast mit 1500 Kilometern, hast du auch keine Substanz zu sagen, lass uns mal eben an die Strecke von der Tour de France in Paris fahren und gerade mit den Sicherheitsmaßnahmen und sonst wie, aber wahrscheinlich waren wir Luftlinie gar nicht so weit weg von den Fahrern, kann ja sein, dass wir über irgendeine Brücke gefahren sind und die sind unten durchgefahren, keine Ahnung, aber auch sehr, wir waren zwei Wochen in Frankreich, Lackarnau, Lackarnau heißt das da unten, ist so ein bisschen südlich an der Atlantikküste und kann ich dir auf dieser gelben Karte sogar zeigen, wir waren hier und zwar links vom Bordeaux. Hättest du die Bordeaux-Ankunft, hättest du... Habe ich um zwei Tage verpasst. Ja. Und da wäre ich auch hingefahren. Bordeaux war auch ganz lange nicht in einer Ankunft oder überhaupt im Tourgeschehen dabei. Da wäre ich... Jetzt habe ich das so schön dahin gelegt. Ja, aber da vorne sieht es keiner. Ja, aber ich will es doch sehen. Ach, du willst es selber sehen. Hättest du wieder jemand anders? Na gut, dann legen wir es so hin. Na gut, jedenfalls Bordeaux um zwei Tage verpasst, weil da wäre ich definitiv hingefahren, wenn du da im Urlaub bist. Wobei ich das ziemlich hässlich fand, im Fernsehen zu sehen, diese Zielankunft, so sexy fand ich das jetzt nicht. Ja, aber die Stimmung mal mitzuerleben und so, hätte ich schon Bock gehabt. Aber wie gesagt, da sind wir... Wir sind zwar Freitag losgefahren, da war der Tag Bordeaux, Etappenende, aber da sind wir Richtung Paris gefahren, sind da zwei Tage geblieben. Also die Hinfahrt haben wir in Etappen gemacht. Zwei Tage Paris, habe ich auch... Ein paar Bilder sieht man hier, Eiffelturm im Hintergrund. Mensch, du bist das, der den Eiffelturm fotografiert. Genau. Du sagst dir mal, welcher Tourist fotografiert denn immer den Eiffelturm? Ja, da stehen so, der eine oder andere steht da und macht Bilder. Nee, Paris, wir waren... Wie heißt denn das? Jedenfalls waren wir da so ein bisschen außerhalb und da ist so ein Riesenwald. Das ist geil, da waren wir joggen und da konntest du wahrscheinlich auch gravelen, ein Rennradfahrer, habe ich fast überlegt, ob ich meinen Open aktiviere und nochmal meinen ganzen Kram aus dem Auto raushole, um da Rad zu fahren. Das ist gar nicht so blöd da im Stadtrandgebiet, dem Riesenwald da um die Stadt rum. Und ja, war ein bisschen Zeit, sie ging dann weiter nach Südfrankreich. Was vielleicht hier im Podcast auch eine interessante Geschichte ist, wir haben eine Hütchenspielerbande beobachtet. Ja, die sind ja da in jeder Ecke, das sind in London auch. Ja, so viele sind da gar nicht. Aber ich habe das noch nie gesehen vorher. Du erkennst dann ja, wer da mitspielt und so tut, als wenn er auch Tourist ist, wer aber zum Team gehört. Ja, ja. Wenn du da länger stehst. Aber das war das Highlight meiner Kinder. Weil die haben da gestanden und dann hat mein Sohn zuerst so, ja geil, wie kann man so blöd sein, das falsche Ding, ist doch klar, dass es da ist. Und dann haben wir ein bisschen länger geguckt und ein bisschen erklärt. Und das Krasse war, dass die so gut wie nur mit sich alleine gespielt haben. Das war eine Bande von zehn Mann, also es waren zehn Leute drumherum, dann der eine Hütchenspieler und noch einer im Hintergrund, der Schmiere gestanden hat. Der Hütchenspieler hatte auch einen Knopf im Ohr. Und so einen Teppich, den sie dann sofort in den Müll geschmissen haben, wenn dann wer kam und so, wenn dann Polizei kam. Das haben wir dann auch erlebt, zwei-, dreimal kam Polizei. Wir haben aber auch erlebt, wie sie einen ausgenommen haben. Also dann ist dann der eine, ist dann das Ziel und nur mit 100 Euro. Der wedelt dann mit 100 und hält die dir hin und nimmt sie dann weg, ja, du musst 100 Euro setzen. Ja, ich setze nur 50, nee, 100. Dann wahrscheinlich lohnt es sich nur für den einen in der Stunde, der kommt, der den Hunderter dann verliert oder 200. Und dann ultra interessant, natürlich, wenn man dann genau hinguckt, sieht man ja mit einem Blinder, mit einem Krückstock, dass das alles nur, dass die da so Schauspielern oder auch Schlechtschauspielern. Also auch wirklich immer das Hütchen so zur Seite schmeißen und hier 100 und dann haben die alle zufällig ein Bündel Geld in der Tasche, was ja totaler Quatsch ist. Und dann kam der, ein Italiener, den haben sie dann gekriegt und mit seiner Frau zusammen. Und die Frau hat noch den Fuß draufgestellt, da wo der Ball, angeblich der Ball drin war. Und um sicherzugehen, dass da nicht geschummelt wird und die Frau auch voll und sonst wie, und dann waren die, die sind nicht mehr klargekommen, dass sie das Geld da verloren haben. Und der Trick war, oft ist es ja so, dass sie, glaube ich, das schnell verdrehen oder sonst wie. Aber wir haben, den Trick haben wir gesehen, der hat immer, immer die zwei Finger nur benutzt und der Ball war nie unter den drei Dingern drunter. Der war immer in seiner Hand. Der war nur zum Zeigen drunter und dann wieder in seiner Hand. Und dann kurz bewegt und in seiner Hand. Beziehungsweise dann geht es ja immer darauf aufzulösen, wo ist denn der Ball? Und dann hat er immer kurz bewegt und in dem Augenblick den Ball wieder reingelegt. Und dann haben meine Kinder es auch gesehen. Und ich glaube, das ist aber, das machen die verschiedenen Hütchenspieler unterschiedlich. Der eine lässt den Ball drunter, der andere nicht. Aber im Zeitalter von hochauflösenden Handykameras mit Zeitrafferfunktionen kann man ja mal sich den. Ja, habe ich mich nicht getraut, weil die sind natürlich auch, wir haben das dann im Nachhinein nachgelesen. Da war ich froh, dass ich, ich hätte ja so ein bisschen Selfie-mäßig das antäuschen können. Aber die haben natürlich null Bock drauf und wir haben uns auch zurückgehalten und haben den nicht angesprochen. Oder wenn ich jetzt, wenn du da hingehst und dann denjenigen, der da gerade ausgenommen wirst, warnst oder sonst wie, dann verprüfe ich, also dann ist es viel zu gefährlich. Weil da, das haben wir im Nachhinein auch gelesen, das sind richtig kriminelle Banden, die das machen. Aber dass die da mit zehn Mann stehen, fand ich krass. Ich dachte immer, da sind so ein, zwei. Wir haben auch gedacht, die haben dann entdeckt, ah, die Frau, die gehört bestimmt mit dazu. Ja, nee, die gehören alle mit dazu. Also war spannend. Also das fand ich auch ein Highlight, weil da, das, du stehst da ja trotzdem und brauchst zehn Minuten, um zu schnallen, wie sie es machen. Und ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um zu schnallen, wo der Ball ist. Und gesagt, ja klar, der hat die Finger die ganze Zeit so. Und damit macht er die Geldscheine. Also, für die, die nur zuhören, ne, da hat er die drei kleinen Finger sozusagen, da drunter versteckt er den Ball die ganze Zeit. Und nur Zeigefinger und Daumen sind frei beweglich. Also, super spannend. Also, am spannendsten finde ich ja, was ist Ingos Highlight über Paris? Aber, naja, nehme ich jetzt so hin. Ja, ja, ja. Ja, sonst, was man so hat, ne, da, wir haben so ein bisschen Sightseeing gemacht, aber zu viel schaffst du ja auch nicht an einem Tag. Nächsten Tag dann weiter. Und war auch so ein 35-Grad, 30, 35-Grad-Tag in Paris, ne, dann, naja, war schon spannend. Wir waren in den, ich war das erste Mal in diesen Katakomben da drin, wo diese ganzen Türkenköpfe drin waren und so. Das ist ja, du kennst ja Paris besser als ich. Aber hast du denn jetzt Tickets für die Olympischen Spiele ergattert? Weil vor Ort kannst du sie momentan. Ach, hätte man kaufen können. Ja, weil die machen ja bevorzugt da den Verkauf. Als Nicht-Franzose oder Nicht-Parisien kriegst du die ein bisschen schwieriger, aber die Preise sind halt utopisch. Okay, was kostet so eine Karte? Ich habe gar nicht mehr im Kopf. Also ich hatte tatsächlich für Tischtennis geguckt, keine Chance. Brauchst du gar nicht. Also dann ein paar hundert Euro? Ja, ja, mehrere, ach ja. Und dann für nur eine Stunde, für einen Tag? Genau, und du konntest jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will aber definitiv das Halbfinale. Nein, soweit sind wir immer noch nicht. Also ich weiß nicht, wie sie sich diesen Ticketverkauf vorstellen, aber du merkst natürlich schon, dass ich so schlechte Laune kriege, wo ich jetzt ja nun kostenfreie Unterkunft habe und alles, dass ich diese Ticketzeit einfach gar nicht bezahlen kann. Und auch nicht bezahlen will, wollen wir es mal andersrum formulieren. Naja, ich hätte jetzt gedacht, mir wäre es so ein, zweihundert Euro wert für so ein Trikot, vielleicht sogar dreihundert Euro. Ja, ja, aber jetzt beim Tischtennis zum Beispiel, da guckst du dann irgend so eine Pille-Palle-Spiele am Anfang. Also du willst ja Halbfinale und Finale haben, weißt du, und nicht irgendwas anderes. Naja, sagen wir mal so, wenn du jetzt für zwei, dreihundert Euro einen ganzen Tag in der Halle sitzen kannst, ist ja auch nicht doof. Aber wenn du dann sagst, okay, ich darf nur die und die Mannschaft und gehe damit. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch gerne mal so ein Leichtathletik-Ticket gehabt für einen Tag. Ja, ja. Wo man zum Beispiel am liebsten zehn Kampf, weißt du, nicht zu bekommen. Und du hast ja schon Beziehungen, glaube ich, da in die Zeit. Genau, und das ist ja, aber auch, also nichts mit ein, zwei, drei, vierhundert Euro, da ist gar nichts abzuholen. Krass. Also ganz krass. Weil ich hatte auch überlegt, naja, mal so ein Bars geballt. Ich glaube, dass die natürlich jetzt erstmal in Frankreich richtig absahen und dann nochmal gucken, was das Ausland noch so bereit ist zu bezahlen. Na gut. Es macht so den Traum von, ach, ich besuche die Olympischen Spiele so ein bisschen. Kannst du dir den Marathon angucken und den Triathlon, der ist doch frei zugänglich, oder? Das habe ich tatsächlich gemacht in London, als du war, da habe ich den Triathlon mir einfach angeguckt im Halbpark. Für kein Geld. Ja, 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 das geht da, glaube ich noch. Das ist immerhin noch ein Trick. Ja, ja. Aber ins Stadion oder in eine Halle reinzukommen. Naja, und dann zu wissen, wer, wann, wie spielt und dann eine deutsche Mannschaft vielleicht zu sehen, die vielleicht Gold gewinnen kann. Das weißt du ja vorher auch alles nicht. Ja, das wäre mir jetzt zum Beispiel nicht wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tag im Stadion hätte, wer da jetzt den Zehnkampf gewinnt. Aber wenn ich jetzt sagen würde Basketball, dann würde ich vielleicht die US-Mannschaft sehen. Oder ich bin Fan von, ich will vielleicht beim Tennis, ist auch wieder Halbfinale, Viertelfinale, Finale oder sowas. Genau, aber da sind wir ja ähnlich, da würdest du dann vielleicht auch sagen, Ja, ist mir egal, wer spielt. Halbfinale ist... Im Tischtennis ist es ja wahrscheinlich besser, im Finale nicht Deutschland zu sehen, wo man sagt, okay, da sind die ganz großen. Ja, aber einfach, ich wollte nur einstreuen, du warst jetzt vor Ort und hast ja auch kein Ticket organisiert. Ja, ich habe mich auch gar nicht mit befasst. Ich dachte, na gut, nächstes Jahr mal gucken, was so online zu klicken geht. Und dann spontan entscheiden, ob es passt oder nicht. Das wäre toll, wenn da noch spontan irgendwelche Sachen frei wären. Ich habe die Vermutung, dass das wieder, egal wie im Schwarzhandel, Schwarzmarkthandel da irgendwie landet. Ja, jedenfalls... Oder leere Stadien hatten wir auch oft genug. Kann auch passieren. Ja. Ja. Ne, jedenfalls, unser Haupturlaub, um da darauf zurückzukommen, war dann an der Atlantikküste. Und ich war schon mal als Jugendlicher irgendwo in der Nähe von La Rochelle, aber so als Jugendlicher ohne Sportgedanken und sonst wie jetzt war halt Atlantikküste und da ein bisschen südlich, wo man gar nicht so wusste, was einen erwartet. Und war halt eigentlich auch so ein ganz entspanntes Ding. Was ich echt gut fand, war das Klima. Also du hast ja auch, wir hatten ganz heiße Tage am Anfang und am Ende auch mal so kühle Tage. Wetter war immer stabil, da hatten wir vielleicht auch Glück. Aber du hattest immer so dieses Gefühl, die Luftdrück erdrückt dich nicht. Also irgendwie so eine ganz frische Atlantikluft. Also kann ich sehr empfehlen. Dann konnte man da gut in den Wäldern Rad fahren, spazieren gehen, was auch immer. Strand war toll, aber natürlich immer wellig. Also immer so ein Surfer-Paradise. Meine Frau und meine Tochter sind da ein bisschen rumgesurft mit so Kursen. Für mich selber, ich bin da nicht so der Typ für. Entweder ganz Tennis spielen oder nicht, aber nur so drei Trainerstunden nehmen und danach wieder aufhören, wäre nicht so meins. Und beim Surfen habe ich auch gedacht, wenn ich da jetzt so ein bisschen mitmache, entweder ich lecke dann Blut und habe dann die ganze Zeit Surferurlaube an der Backe oder nicht. Deswegen habe ich erst mal gesagt, lieber nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Ich hätte gedacht, Kitesurfen hat Surfen überholt. Na, gekitet wurde da gar nicht. Also das ist tatsächlich, da ist dieses Surfen, du nimmst die Welle mit so einem Brett und versuchst dich hinzustellen, in dieser Welle rumzusurfen. Der eine kann es besser, der andere schlechter. Und da war auch mal richtig Alarm, richtig hohe Wellen. Mir hat das schon Spaß gemacht, da einfach drinnen zu baden und in den Wellen mich treiben zu lassen. Aber es ist schon auch an so krassen Tagen auch nicht ganz ungefährlich mit den Strömungen da. Du weißt ja, was bei uns passiert, wenn wir die Welle versuchen zu. Ja, aber der Funke, dass ich selber zum Surfer werde, dafür habe ich schon genug Anrobbys, da habe ich dann gesagt, nee, muss nicht unbedingt sein. Hätte man vielleicht machen können, mal so einen Kurs, aber da bin ich nicht so der Typ für das einmal und nie wieder. Weiß ich nicht. Also aber ansonsten zum Radfahren, das ist ja interessant für unsere Hörer und Hörerinnen hier. Zum Radfahren toll, jetzt auch nicht so das Ultra-Highlight, dass man sagt, boah, ich fahre jetzt mal geile Berge oder sonst wie. Aber du kannst da halt wirklich schön durch die Wälder fahren, bist so ein bisschen von der Sonne geschützt, kommst immer mal wieder ans Meer ran. Also ich habe dann so ein paar kleine Touren gemacht. War auch nicht meine Priorität. Meistens immer nur eine halbe Stunde, Stunde da mit dem Rad unterwegs gewesen. Sieht man auch ein paar schöne Fotos. Die haben da in den Wäldern das ganz gut asphaltiert, wo du langfahren konntest. Auch die Straßen waren nicht so ultra befahren. Und da habe ich übrigens mit Komoot einfach ganz stumpf diese Entdecken-Funktion benutzt. Also das funktioniert. Da haben sie, glaube ich, auch irgendwas dran verbessert aktuell. Da gehst du auf Entdecken und kannst einen Filter setzen, willst eine Stunde fahren, Gravel-Bike, dies, jenes, was auch immer, wählst das aus. Und dann hast du schon fertige Rundkurse, auch wenn du nicht an diesem Startpunkt bist. Dann berechnet er dir den Weg da zum Start hin und so weiter. Und damit bin ich blind teilweise die Touren gefahren und war eine perfekte Tour von A bis Z, wo du komplett asphaltiert keine Autos hattest, weil du einfach immer irgendwie durch so eine Waldautobahn, wo keine Autos. Also da sind teilweise auch wirklich zweispurige Straßen durch den Wald gegangen, wo vorne eine Schranke war und kein Auto durchkam. Möglichstens mal vielleicht so ein Waldwirtschaftler. Also das war schon ganz cool. Ich habe da auch jemanden getroffen, mit dem ich eine Runde gefahren bin, ein Hörer von uns. Der hat auch mir eine schöne Runde gezeigt. Schöne Grüße. Ja, und Radwegenetz fand ich auch so ganz geil. So ein bisschen Holland-mäßig da hinten. Das sieht man hier auch so. Und so ähnlich war es auch an den Straßen entlang. Immer so ein bisschen weg von den Straßen. So ein kleiner Radweg. Mit dem, was richtig krass ist, wo ich sage, ja, tolles Radwegenetz, aber als Radfahrer immer das Stoppschild. Das heißt nicht so wie in Holland als Radfahrer, du bist derjenige, der Vorfahrt hat, sondern genau umgekehrt. Frankreich. Ich weiß nicht, ob das überall ist in Frankreich. Ich fand das ja von unserer, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen noch in Erinnerung hast. Wir haben ja mal so eine Skandinavien-Tour gemacht. Da war das ja auch so krass in Schweden und in Norwegen immer, hast du als Fahrradfahrer freie Fahrt. Du musst halt nicht stoppen. Selbst in einer Stadt nicht. Es gibt halt nicht diese blöde Ampel, die rot ist. Die gibt es einfach nicht. Also das ist halt, ja, ja, verstehe ich so 100 Prozent, was du sagen willst. Also die haben es tatsächlich umgekehrt und haben an jeder Einbindung, also vor allem an jeder Einbindung Stoppschilder. Und meine Frau, die war an einem Tag unterwegs, ich glaube Joggen, und hat das beobachtet, dass die Polizei das noch kontrolliert hat, ob du als Radfahrer auch stoppst. Das ist ja ätzend. Wo ich dachte, ich dachte eher, das wäre so ein Angebot. So nach dem Motto, ja, wir machen da mal einen Stoppschilder. Also wirklich an Einfahrten, wo nie einer rein und raus fährt. Also wirklich so ganz kleine Nebenstraßen sollst du als Radfahrer stehen bleiben. Und dann stand da wohl irgendwo die Polizei, das war wohl aber auch ein Gefährdungspunkt. Die haben auch kein Geld kassiert, haben aber die Leute belehrt, bitte hier stoppen. Wo ich dachte, das als Polizist auch noch durchzusetzen, ist ja eigentlich eine Frechheit. Es muss halt diese Gefährdung bautechnisch beseitigt werden. Jetzt will ich nicht ständig Skandinavien loben, aber wenn du dann praktisch eine Brücke über die Straße machst, kostet das natürlich Geld, diese Brücke über die Straße zu bauen. Dafür hat der Fahrradfahrer auch eben keinen Halt. Das ist ja in Holland auch. Holland ist ja ganz oft, es gibt immer Fußgängertunnel, die irgendwie rechts, links dran vorbeigehen. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt, dass die Polizei es auch noch kontrolliert hat. Ansonsten war ich zufrieden. Es war halt immer von der Straße weg meist, also ganz viele Radwege an den Straßen. Nee, und tatsächlich, wenn ich an so einem Stoppschild halten würde, knallt mir der Radfahrer ja hinten rein, rechnet ja auch keiner mit. Also es ist ja tatsächlich auch, naja, fand ich interessant, dass da genau das, also das ist ja schlimmer als in Deutschland. In Deutschland hast du ja normalerweise auf der, hast du ja Vorfahrt auf deiner Spur, man muss nur da halten. Also finde ich, fand ich komisch. Ja, aber sonst glaube ich, es ist halt ein Ritt, 1500 Kilometer. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, sind was am Stück gefahren. Ah, das ist schon ganz schön viel. 15 Stunden mit ein bisschen Peripherie, also da in Paris war ein bisschen Verkehr, sonst hatten wir zum Glück keinen Verkehr. War jetzt auch mit dem Elektroauto, aber mit dem Verbrenner bist du vielleicht eine Stunde. Die Autobahn läuft besser in Frankreich. Oder hast du? Ja, ich habe da einen kleinen, ich habe ja, ich habe mir ja drei Tage vorher noch einen Telepass besorgt. Ah, dass du da durchrauschen kannst. Ja, ja, und zwar ein kleiner Tipp für, sollte eigentlich ein Pick werden, habe ich vergessen. Den lasse ich jetzt mal, mache ich jetzt mal einen Zusatz-Pick hier. Ich habe ja meinen Pick schon vorweg. Ja, ja, aber das ist jetzt ein Zusatz-Pick hier tatsächlich, den wollte ich als Pick eigentlich machen, jetzt, wo du es sagst. Und dann? Also die Autobahnen sind erstmal schön 120, 130 finde ich ja gut, mitzurollen und sonst wie, kein Stress und so weiter. Das und dann gibt es bei MAUT, also über den ADAC bei MAUT1.de kannst du dir als Deutscher so einen Telepass klicken. Der geht für Italien auch, ich hätte den jetzt nur für Frankreich, hätte ich mir gar nicht besorgt, aber der geht auch dann für Italien und sonst wie, kostet irgendwie im Jahr 20 Euro Grundgebühr. Und du zahlst 5% Provision. Das heißt, wenn ich MAUT bezahle, zahle ich ein bisschen mehr, als hätte ich es direkt bezahlt. Aber dafür bist du halt schneller unterwegs. Aber es ist der Knaller gewesen. Also auf dem Hinweg hätte ich es gar nicht gebraucht, da war gar nicht so viel, aber auf dem Rückweg war es wirklich so, ich bin an der langen Schlange vorbeigefahren und habe bestimmt an jeder MAUT-Station 5 bis 10 Minuten gespart. Jetzt reden wir zu viel über Autoverkehr, aber eine letzte von meiner Seite Frage dazu, ob dir aufgefallen ist, wie viel weniger Baustellen es gibt im Vergleich zu Deutschland? Das ist der Hammer. In Deutschland hast du ja das Gefühl, das ganze Autobahnnetz besteht nur aus Baustellen. Also ich verstehe es auch gar nicht, warum man dieses Gefühl in Deutschland hat. Wir sind ja auch nicht der Autopodcast, wir müssen das ja auch gar nicht verstehen. Aber Fakt ist, es ist sehr auffällig, wie viel weniger Baustellen es gibt. Ja, ja, gar keine. Also ich habe glaube ich in ganz Frankreich hatte ich nicht eine Baustelle, in Belgien gab es eine. Ich weiß das ja, aber ich wollte das hier nochmal so in den Raum werfen, dass das ja faszinierend ist. Man kommt aus diesem Land, wo es nur Baustellen gibt, in ein Land, wo es so gut wie keine Baustellen gibt. Also was machen die denn anders? Witzigerweise ist es mir auf dem Hinweg nicht aufgefallen, aber auf dem Rückweg. Wenn du nämlich gewohnt bist, keine Baustellen zu haben und kommst dann in Aachen an und denkst, was ist denn das für eine Scheiße hier. Also das ist doch verrückt, oder? Also ich kann das jetzt nicht erklären, ich bin ja auch nicht verantwortlich dafür und ich bin ja auch nicht der Verkehrsplaner hier. Aber jetzt haben wir nun so viel durcheinander geredet. Also ich habe tatsächlich dann auf der Rückfahrt auch darüber nachgedacht, woran liegt das wohl? Ob es vielleicht, weil wir Transitland sind, weil von allen Ecken diese vielen schweren Tonner durch die Gegend fahren, weil wir vielleicht dichter besiedelt sind und halt noch mehr siebeneinhalb Tonnen, noch mehr 30 Tonner über die Autobahnen brettern. Also es muss ja irgendeinen Grund haben. Oder wollen wir einfach unsere Autobahnen schön haben und die anderen ist es egal. Aber so schlecht waren die jetzt auch nicht da. Wollte ich gerade sagen, das ist ja Quatsch. Also kannst du ja wunderbar mit 120 fahren. Ja, oder es ist die 180er-Geschichte, dass wir die Autobahnen so glatt gebügelt haben müssen, dass man überhaupt die 180, 250 fahren kann. Und haben dann aber eine 80er-Baustelle fünf Jahre. Na, guten Tag auch. Ja, das war nämlich die große Frage. Wie machen das denn die anderen Länder, dass sie keine Baustellen haben? Irgendwann muss ja trotzdem mal die Fahrbahn-Decke neu. Ist das denn in drei Wochen erledigt, oder wie? Ich stelle nur fest. Ich kann nicht sagen, warum. Ich stelle nur fest. Auch Paris, Peripherie, alles ohne Baustellen. Und zwar Spuren ohne Ende. Ich habe es auch nicht verstanden. Also das ist schön. Aber es ist ja schön, dass ich das nochmal kurz von dir bestätigt bekommen habe, dass das ja krass ist. Ja. Jetzt wollen wir uns nicht so über den Klee loben. Telepass auf dem Hinweg wäre es nicht ultra wichtig gewesen. Da waren gar nicht so lange Schlangen, obwohl wir, Hinweg hatten wir ein bisschen Pech. Und 7. Juli war Ferienbeginn in Frankreich. Sind wir losgefahren. Also das ist, da hat er, in Paris sind wir abends im Taxi gesehen und meint, ja gut, Ferienbeginn und sonst wieder war alles dicht abends um elf noch. Naja, aber das war ein bisschen Pech auf dem Hinweg. Rückweg ging dann. Und Telepass hatte ich ein bisschen Angst, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Weil du klickst das, du kriegst so ein Ding und das funktioniert gleich. Gibt es irgendwie deine Kreditkartendaten, die übernimmt er gleich. Ich habe jetzt auch noch keine Rechnung gesehen. Mal gucken, wie das funktioniert, wenn sie was, mal gucken, was ich bezahlt habe. Aber es war, ja, weiß ich nicht. Wenn das in Italien, Belgien und so weiter, nee, Belgien gibt es gar nicht. Aber es gibt irgendwie noch ein Land. Spanien würde es auch funktionieren. Also das vielleicht nochmal als Tipp für euch. Ihr dürft dann die T-Linie nehmen und einfach durchfahren. Gut, dann würde ich das Thema, weil es mich doch irgendwie beschäftigt, gerade weil ich auch selber ein Elektroauto fahre, wo ja auch viel Elektronik und viel an Apps hängt, über die Funmove-Pleite sprechen. Von der ich nichts weiß. Also du hast das mitbekommen, dass die pleite gegangen sind? Nein. Also Funmove ist pleite gegangen. Okay. Erinnerst du dich, dass im Frühjahr am Schwarzen Bern ein riesen Funmove-Plakat mal hing? Also wirklich so ein ganzes Gerüst voll? Nein. Auch nicht. Aber du kennst die Räder. Ja. Und die Marke. Aber was ist jetzt das Besondere? Sie haben sich finanziell... Genau. Also ich verlinke mal zwei Berichte von T3N, die ich finde das sehr gut, die erstmal die Insolvenz sehr gut analysiert haben und die auch so eine kleine FAQ gemacht haben. Was mache ich denn, wenn ich ein Funmove-Besitzer bin? Ah. In die Firma jetzt. Und Funmove war halt... War stylisch immer. Genau. Also ich nehme die als stylische City-Fahrräder wahr. Genau. Du hast das Design gesehen. Genau. Und die sahen ja auch wirklich ganz schick aus oder zumindest außergewöhnlich vorne mit dem Licht im Oberrohr und so. Ganz geil gemacht. Was du vielleicht nicht weißt oder was ich aber über so ein bisschen wusste, war, dass die Räder alle über Bluetooth und so ein bisschen smart über App steuerbar waren. Ah. Das wusste ich nicht. Ach so. Das hast du gar nicht mitbekommen. Also du hast ein Schloss drin, wo du einfach irgendwie gegen trittst, dann ist es zu und dann kommst du mit deinem Handy zurück und dann geht es wieder auf. Also ich habe die Räder nur als stylische City-Räder wahrgenommen. Ja, aber es ist so, du kannst tatsächlich mit deinem Telefon, kommst du wieder zurück ans Rad, dann geht das Schloss wieder auf, kannst losfahren und das ist ja eine Experience, die ich bei Tesla zum Beispiel auch mache. Ich habe mein Handy in der Tasche, gehe ans Auto, kann losfahren. Ah. Und deswegen erinnert mich das und so ist es halt bei diesem Fahrrad auf einmal auch. Wo du sagst, ein Fahrrad ist mir doch egal, dass die Firma pleite ist, gehe ich halt zur Werkstatt XY, lass es reparieren oder sonst wie. Nee, nee, du hast da eine App hinterhängen und einen Dienst hinterhängen auf einmal. Und jetzt weiß ich, warum die Pleite gegangen sind. Und jetzt schlägt das halt Wellen. Was mache ich denn mit meinem Fahrrad und kann ich diese ganzen Sachen noch nutzen oder nicht? Was mache ich, wenn es kaputt geht oder nicht? Weil die auch ganz im Gegensatz zu vielen anderen Fahrrad, das ist auch ein wichtiger Punkt, also die Diskussion hier ist jetzt, ich entscheide mich für ein Produkt und muss ja hoffen, dass es reparabel ist in Zukunft und möglichst auch reparabel ist, wenn es diese Firma nicht mehr gibt. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter denkt, muss man ja mal überlegen, über wie viele Ecken man Abhängigkeiten auf einmal hat. Was ist denn, wenn Garmin pleite ist? Dann habe ich hier eine Uhr, die nicht mehr funktioniert, wo die App nicht mehr funktioniert und sonst wie. Kann ich vielleicht mit ein bisschen Glück noch GPX-Files über den Rechner ziehen und bei Strava hochladen, aber ansonsten war es das. Im Zeitalter, wo viele Firmen und überhaupt alles, wo IT dran ist, wo viele Verbrechen IT-mäßig ablaufen, dass man Firmen praktisch die Server hackt, sich reinhackt und das lahmlegt und dann gegen Lösegeld sagt, ich schalte das wieder frei, ich glaube, das ist Garmin auch mal passiert, dass die da so eine Hackerattacke hatten, musst du ja auch dran denken, das kann dein Tesla treffen, das kann die Firma Garmin treffen. Und das war jetzt mein erster Gedanke, vielleicht ist es ja nicht eine finanzielle Sache gewesen, sondern dass sie die Software mäßig, aber wäre ja auch eine Gefahr. Also man muss ja auch daran denken, wenn man Produkte hat, die sehr IT-lastig sind, dass das ja auch eine Gefahr ist, dass diese Firma einfach erpresst wird und lahmgelegt wird. Ja, hier ist es jetzt das Thema Fahrrad, das Thema Smart-App dahinter, wo ich sage, krass, wo ich dann mir einfach Gedanken, als ich das gehört habe und mich da ein bisschen mehr reingelesen habe, gesagt habe, okay, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Garmin ist das beste Beispiel. Ich glaube, die waren eine Woche weg vom Fenster. Da war das schon so, wo du gemerkt hast, oh, ich kann ja gar nicht jetzt meine Fahrt irgendwo hochladen und analysieren und solche Sachen, so Sachen, an die man sich gewöhnt hat, die jetzt nicht existenziell sind, aber mit meinem Fahrrad nicht mehr losfahren zu können, weil ich das Schloss nicht mehr aufkriege, im schlimmsten Fall, das ist nicht so. Da gibt es Workarounds und da gibt es auch diese FAQ von T3N, wo man lesen kann, wie es geht, aber wo du sagst, ach du Scheiße, ich kann mein Rad nicht mehr fahren oder ich kann die Einstellung nicht mehr, Licht wird gesteuert über die App und solche Sachen, ich kann das nicht mehr ändern und sonst wie, wo auf einmal das, was ich so toll fand an dem Auto oder an dem Fahrrad, nicht mehr geht. Und das Gleiche ist ein interessanter Punkt für den Podcast. Genau, und das Gleiche ist ja übertragbar. Ich fahre jetzt diesen Elektro-Tesla, wo das ja auch ähnlich viel mit App und Cloud und sonst wie funktioniert und wenn die die Grätsche machen, jetzt ist es so, mit Geschäftsleasing und so, ich würde ja so ein Auto nicht kaufen. Alleine aus diesem Grund würde ich ja einen Tesla nicht kaufen, weil ich Schiss hätte, ja was passiert, wenn der Musk da komplett schief läuft und das Ding läuft nicht mehr. Dann kann ich zumindest nach drei Jahren sagen, Wenn Twitter nicht mehr läuft, ist nicht so schlimm. Nee, genau, aber dann kann ich immer nach drei Jahren sagen, hier, ich stelle euch die Karre wieder vor die Tür oder zahle die Leasingrate nicht. A good point. Habe ich das Geld mal auf den Tisch gelegt, ist es weg. Und beim Fahrrad haben die Leute Geld auf den Tisch gelegt für ein Fahrrad. 2000 Euro plus, kostet so ein Fun-Move. Ach, so viel? Ja, 2200, was relativ günstig ist für so einen E-Mail-Bowl. Okay, aber verlink doch mal den T3 in. Ja, und dann legst du halt 2000 Euro auf den Tisch, weil du denkst, ja, finde ich geil mit dem Schloss und mit der App und sonst wie, und dann wird dir das auf einen Schlag weggenommen. Und noch schlimmer ist, sie haben ja gar keine schlechte Idee gehabt. Sie haben sich wohl ein bisschen im Wachstum übernommen und wenn man in dem Thema wohl drinsteckte, hätte man eigentlich wissen können, dass sie defizier arbeiten, also in den letzten Monaten. Sie haben halt ein bisschen, steckt viel Venture-Capital drin, haben viel Marketing gemacht, das schreibt T3N auch, deswegen dieses Riesenplakat hier in Hannover, du musst ja mal, was das kostet, alleine Herstellung. Und haben halt viel, viel Marketing gemacht und zu wenig Qualitätskontrolle mit den Produkten. Weil das habe ich in den letzten Jahren schon mitbekommen, dass Leute sich E-Bikes kaufen wollten und gesagt haben, ja, Fun-Move, liest man in den Foren, weil ich es auch interessant fand, wo ich gesagt habe, mit App und so bin ich ja sofort dabei. Ja, ja. Und wo man dann schon liest, ja, Fünfgang oder diese neue Viergangsschaltung, die knarzt und sonst wie und die Räder werden nicht repariert oder um acht Millionen, das habe ich irgendwie rauskopiert, die haben, glaube ich, acht Millionen im Jahr Reparaturkosten dann irgendwann gehabt. Also das sind alles so die Gründe, warum die irgendwann pleite gehen, weil die einfach zu hohe Kosten im Nachlauf hatten, weil die Qualität nicht gestimmt hatte. Das ist dann schon krass, wenn du sagst, okay, du willst wachsen, wachsen um jeden Preis. Ja, und hier habe ich das nochmal aufgeschrieben, Grundfunktionen erhebt, sind die Grundfunktionen des Rades, selbst das Licht wird über die App gesteuert, Schloss ist mit der App gekoppelt und dann muss man das Ganze noch mit so einer Freischaltung erfolgt Mittel eines Sicherheitsschlüssels, der auf den Servern des Unternehmens liegt. Das heißt, damit das Schloss aufgeht, wenn ich das richtig verstehe, muss einmal mit Fun-Move gesprochen werden und wenn das nicht mehr ist, dann muss man irgendwie ganz kompliziert irgendeinen Code eingehen. Also es gibt wohl ein Workaround und es gibt auch wohl eine App, wo man ihren Sicherheitsschlüssel sich zumindest runterladen kann und dann bleibt ja so im Umkehrschluss diese Nummer, wenn wir jetzt unsere Gravel-Bikes sehen und sonst wie, bin ich ja dann doch eigentlich ganz froh, wenn SRAM pleite ist, dann baue ich mir halt eine Shimano-Gruppe an, mein Rad kann aber mein Rad weiterfahren und ich glaube, wir haben zwar auch diese ganze App-Geschichte dran, aber es ist nicht so existenziell davon abhängig. Naja, jetzt nehmen wir Shimano und nehmen wir SRAM als Beispiel, weil du die eben genannt hast. Die funktionieren ja auch ohne, dass du die mit deinem Telefon koppelst und dass du irgendein Software-Firmware-Update drauf machst. Das funktioniert ja trotzdem alles, das ist ja optional und im schlimmsten Fall mache ich einfach einen kompletten Reset, wenn da irgendwas schief gehen würde. Ich finde den Denkanstoß einfach ganz gut, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass es bei Strava oder Komoot uns zwar ärgerlich vorkommt, aber das können wir verschmerzen, dass wir, wenn Twitter nicht mehr funktioniert, das auch ignorieren können oder Instagram. aber wenn du eine sehr teure Smartwatch hast, egal welcher Hersteller jetzt, um mal gar nicht einen zu nehmen. Kann auch Apple sein. Apple oder was auch immer, dass du dann sagst, Mensch, den Denkanstoß finde ich gut, dann zu sagen, Mensch, jetzt habe ich ein Fahrrad für 2.000 Euro oder ich habe eine Sportuhr zwischen 500 und 1.000 Euro, das sind ja alles gängige Preise, die man für sowas ausgibt, dass man sagt, ja, was mache ich eigentlich, wenn diese Firma diese Software nicht mehr liefern kann. Ich erinnere mich daran, diese elektrischen Thermostate für die Heizungen, wenn man dann auf das falsche Pferd gesetzt hat und hat dann 3, 4, 5, 6, 700 Euro zu Hause für Heizungsthermostate ausgegeben, die mit dem Internet verbunden werden und dann wird auf einmal die App für die neue Telefongeneration nicht mehr veröffentlicht. Jetzt muss ich ein altes Telefon laufen lassen, damit bloß die alte App noch läuft, also damit man sich auch klar macht, hey, das ist ja richtig Käse. Das ist ja bei dem Fahrrad auch. Wenn die App jetzt noch läuft, spätestens mit iOS 17, 18, 19, irgendwann veraltet sie. Genau. Und dann irgendwann ist auch das parallel laufendste, älteste Telefon nicht mehr brauchbar. Ja, ja. Und je nachdem, wie man so Investitionen macht, aber ich würde so eine Investition, jetzt nehmen wir mal das klassische Beispiel, Heizungsthermostate, die wir jetzt ja gerne alle mit App steuern. Wenn ich aus dem Haus gehe, soll die Heizung runtergeregelt werden und dann bevor ich nach Hause komme, schalte ich per App mal eben wieder ein, mache mal die Heizung wieder hoch oder was auch immer wir smart home mäßig haben, dass wir, nehmen wir Philips Licht oder you name it, dass wir natürlich trotzdem uns immer bewusst machen müssen, jetzt glaube ich nicht, dass Philips pleite geht, aber ich denke ja an diesen, an das immer aufkommende, mehr Kriminelle, dass diese Firma einfach gehackt wird und dann ist, dass das der Server von Philips dann eben lahm. In dem Fall waren wir jetzt beim Server von CanMove. Ich finde die, das mit dem Hacken ist ja eine Sache, ich finde viel krasser diese Nummer, dass irgendwann ein Produkt einen End-of-Life-Status bekommt, obwohl es noch funktioniert. Genau, obwohl die Scheidung. Weil die Glühbirne jetzt 5, 10 Jahre alt ist und den neuesten Wi-Fi-Standard zum Beispiel, der einfach nicht mehr abwärtskompatibel ist. Genau, und eigentlich soll sie ja 100.000 Stunden laufen. Ja, was auch, genau. Also sie geht wahrscheinlich noch an und aus und bestes Beispiel dafür ist Sonos. Sonos hat ja irgendwann diesen Punkt gehabt, wo sie die alten Boxen nicht mehr mit der neuen App. Haben wir uns noch drüber unterhalten? Ich glaube, das haben wir im Podcast besprochen. Meinen wir auch. Also ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesprochen haben. Ja, zumindest haben wir drüber gesprochen. Wir sprechen ja nur im Podcast miteinander. Und die Sonos-Sache ging mir richtig auf den Puffer. Genau, da haben wir beide gesagt, scheiße. Das ist eine 300-Euro-Box und es funktioniert nicht mit dem neuen Update von einem Telefon. Und Sonos ist das beste Beispiel. Wenn da die Firma die Grätsche macht, sind die Boxen wertlos. Weil ich meine nicht, dass du die vielleicht über Airplay noch ansteuern kannst, aber Bluetooth zum Beispiel geht schon nicht. Wie gesagt. Eine Bluetooth-Box kann ich immer über Bluetooth ansteuern. Eine Sonos-Box nicht. Ich würde jetzt nur reinwerfen, das ist ein gut, also Kompliment, sehr guter Denkanstoß, weil es natürlich jetzt zufälligerweise auch wunderbar passt, dass es VanMoof mit einem Fahrradhersteller getroffen hat. Aber ich würde es auch jetzt, wir müssen auch mal über die Tour de France gehen, aber der Denkanstoß ist genau richtig von dir. Es ist halt dahingehend interessant, dass sicherlich, und auch in unserer Hörerschaft, sicherlich einer dabei ist, der sagt, ich habe so ein Rad. und der spätestens dann, wenn es darum kommt, um an Ersatzteile zu kommen, selbst wenn er, also fahren wird es ja noch, selbst wenn ich das Licht nicht perfekt einschalten kann. Ja, aber würde mich, also ich würde da cholerisch reagieren. Also würde ich total ausrasten. Naja, das passiert ja jetzt in Holland auch, weil Leute ihr Rad in die Werkstatt gebracht haben und nicht wieder rauskriegen oder Räder zur Abholung da bereitstehen, weil alle Läden komplett zu sind. Die kriegen ihre Räder gar nicht wieder. Also da gab es wohl richtig Tumulte schon. Krass. Also ich fand es spannend dahingehend. Leider an mir vorbeigegangen, das ist das Sommerloch. Ich habe mich in Dänemark eingegraben. Ja, bei mir ist es angekommen über Podcasts und solche Sachen. Also ich habe sonst auch keine News gelesen. Ich war ein bisschen offen. Ich habe nur eigentlich mich ein bisschen mit Tour de France beschäftigt, also im Abendprogramm im Nachgang. Ja, also Tour de France, das haben wir beide, glaube ich, ganz gut verfolgt. Ja, das weiß ich nicht, ob du es gut verfolgt hast und du weißt nicht, ob ich es gut verfolgt hast, aber ich habe mir immer so ganz wilde Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Ja, ich habe auch. Die ich auch total abfeiere. Ich habe mir eine Liste mit zehn Stichpunkten, die ich gerne, wo ich sicherlich auch das ein oder andere mit dir gerne diskutieren möchte. Das habe ich mir, da freue ich mich schon drauf. und ja, war ein bisschen auch, hat mir die, habe ich durch die Netflix-Doku, über die wir hier schon gesprochen haben, über die Tour de France, die ich vorher gesehen hatte, die hat nochmal einen Zugang, finde ich auch beim, als Zuschauer hat mir die nochmal irgendwas gegeben, was ich vorher so nicht gesehen habe. Also es sind tatsächlich, wenn du diese Netflix-Doku über die Tour de France, da habe ich ja gesagt, wie krass, ich konnte mich ja gar nicht mehr an die letztjährige Tour de France, wer wann wie gewonnen hat, aber wie krass das war, dass dann eine Mannschaft sich überlegt hat, an dem und dem Tag möchten wir so und so und so gewinnen. Wenn du weißt, was einmal das so gesehen hast, in dieser Netflix-Doku, was da so hinterhängt und wer sich welche Gedanken gemacht hat, um wie die Etappen zu gewinnen, dann finde ich, habe ich das ein bisschen mit anderen Augen gesehen jetzt und beobachtet, ja, was passiert da gerade und so weiter. Also fand ich spannend und vor allem die nicht, vor allem auch die Etappen, die nicht unbedingt ums gelbe Trikot gehen, fand ich dadurch spannender, weil ich mir da dann überlegt habe, warum fährt der eine da mit und warum der andere nicht und so weiter. Also fand ich schon, hat mir schon ein bisschen geholfen, dann noch mehr, noch mehr mitzufiebern irgendwie. Ja, also ich bin mal, ich bin mal gespannt auf deine Punkte, die du hast und dann meine sind vielleicht, aber vielleicht kann ich ja meine Punkte dann unterbringen. Also gucken wir mal, was du so für Punkte hast. Ja, ich weiß, das ist tatsächlich, weiß ich gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das. Ich habe wirklich nur das hier so aufgeschrieben. Also kannst du es ja frei raushauen. Also Jasper Philipsen. Schon mal einen Punkt, der auch auf meiner Liste steht. Genau, ich glaube, über den haben wir sogar noch kurz gesprochen. Da waren wir sogar, haben wir glaube ich, telefoniert gesprochen, haben wir darüber gesprochen mit dem Handy. Ja, da haben wir gesprochen, aber nicht im Podcast. Nee, 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 genau. Da haben wir telefoniert. Da haben wir telefoniert. Das ist den Zuschauern, glaube ich, nicht ganz klar geworden. Das war, dass der Zuschauer das Handy über diese, wie nennt man das, Absperrung gehalten hat. Obwohl diese Absperrung ja schon schräg ist, muss man schon seinen Arm ganz weit rauslehnen. Und ich habe nur Tour de France komplett Englisch gesehen, von daher weiß ich nicht, was die Deutschen darüber erzählt haben. Da habe ich nämlich gar nichts drüber gesehen. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, weil du es mir gesagt hast. Genau, und das ist den Leuten nicht ganz klar. Also ich habe es jetzt nur im englischen Commentary gesehen. Wer genau mal eine Etappe verfolgt hat. Das war die dritte Etappe, wo das Jasper Philipsen das erste Mal gewonnen hat, glaube ich. Und dann war ja die Diskussion, dass, also wir gehen jetzt ja voll rein ins Geschehen. Genau, da war es so, dass es unsicher war, ob er nicht aberkannt bekommt. Genau, ob er sie nicht aberkannt bekommt, weil eventuell hat er seine Straight Line, also die Sprinterlinie, verlassen. Ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll. Also seine Linie verlassen und dadurch Wout van Aert ein bisschen zum Rand gedrückt. Das fand ich auch, war ein kleines bisschen so, aber viel krasser war ja, dass ein ausgestreckter Arm von einem Zuschauer oder Zuschauerin, also jedenfalls ein Handyarm da war und bei 70 Sachen Wout van Aert getroffen hat. Und wer mal weiß, also nur so ein ganz kleiner Streif bei 70 Sachen, was das eigentlich für einen Impact im Körper ist, da bist du ja völlig irritiert. Du hast ja das Gefühl, du hast eine, also ich kann das nicht beschreiben, aber es muss ja so ein Gefühl sein, wie wow, ich wurde angeschossen. Also wer mal einen Stein abgekriegt hat bei voller Fahrt, der ist ja schon so von der Socken, dass er sagt, Alter, ich muss erst mal bremsen und mein Adrenalin runterpumpen. Ich habe das Gefühl, wow. Und das war auch ein großer Punkt und zumindest im englischen Commentary war das sehr gut nochmal aufgearbeitet worden. Ich glaube, dann am nächsten Tag haben die das erst richtig mitgekriegt, dass es da so einen Schlag gab und Zuschauer dieses Jahr bei der Tour de France war für mich das erste Mal, wo ich sagte, das ist jetzt over the top. Das hatte ich so früher noch nie erlebt, aber das ist ein Punkt in meiner Liste, wo ich sage, habe ich mich wirklich oft geärgert. Wo ich auch wirklich... Weil der deutsche Kommentar hat auch, ich habe den deutschen Kommentar hier auch mit Jens Vogt und Co gesehen oft, ich höre ja sonst auch oft gerne den englischen, weil der meistens cooler ist, aber irgendwie bin ich jetzt beim Deutschen nicht mehr geblieben in dieser Discovery Plus App. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, ob ich da die Sprache hätte ändern können. Und ich bin aber auf Deutsch geblieben, ohne VPN in Frankreich. Okay, okay. Ja, ich habe VPN gehabt. Ja, nee, und das war immer wieder, ja, die Zuschauer mit Handy auf dem Berg und geht doch aus dem Weg und dann ist irgendwie, das ist ja irgendwie beim gelben Trikot auf der einen Etappe auch das Auto mal vor, vor Dings, vor Wingelgard stehen geblieben und solche Sachen. Das waren schon, also ich finde es ja auch wirklich krass, jetzt war ich auch auf vielen Deepesh-Mod-Konzerten, dass du nur noch Handy-Displays siehst. Die Leute kriegen, also das ist ja wirklich so, gibt es da nicht irgendwann mal den Gegentrend, dass man sagt, ich gucke es mir doch wieder in echt an. Ich hätte das Gefühl, also ich bin ja auch Handy-User und ich bin ja auch von vielen Sachen begeistert, wenn man das mit dem Handy mitfilmen kann. Also wir waren gestern beim hier kleinen Fest in Herrenhausen mit Feuerwerk und so und dann hast du ja auch das Gefühl, Leute filmen nur noch mit dem Handy das Feuerwerk statt das Feuerwerk sich anzugucken. Ja vor allem, es sieht hinter der Kacke aus auf dem Handy-Display. Ja, unabhängig davon habe ich das auch gefilmt, weil ich dachte, ich mache es jetzt mal für, zumindest war es ja auch lang genug, aber bei der Tour de France-Etappe, da will ich doch auch irgendwie mit Haut und Haaren und alles aufsaugen, was aufzusaugen geht und das Handy nicht rausholen, sondern da will ich ja klatschen und das finde ich ja super, aber jetzt praktisch das Handy so rauszuhalten, also vielleicht bin ich anders, wenn ich vor Ort bin, aber das kann ich mir doch schenken. Also ich will doch wirklich was erleben und erleben, indem ich halt eine Handyaufnahme habe. Also ich kann mir vorstellen, das habe ich ja auch bei einem Diebeschmod-Konzert gemacht, da habe ich jetzt meine Leica in Holland mit reingeschmuggelt und da hat auch einer gesagt, ja, no professional camera, ich so, nee, nee, ganz alt, die sieht ja so schön alt aus. Die kann ja auch nur weitwinkeln, aber da ist es auch so, dass es natürlich, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal drei, vier schöne Bilder, aber da weiß ich auch, da kommt was raus, was ich mir ausdrucken kann, an die Wand hängen kann und sonst wie, mit so einem Handy, da kommt ja nichts bei rum. Ja, aber wenn du mit einem vernünftigen Smartphone der heutigen Technik so ein Konzert aufnimmst, du hast den Ton zumindest schon mal in... Naja, bei YouTube ist voll damit. Nicht so schlechter Qualität. Vor allem verstehe ich auch gar nicht, diese ganzen Diebeschmod-Konzerte sind in voller Länge bei YouTube zu sehen und werden nicht gesperrt. Ach. Die sind da immer drin. Da ist ja auch der Ton. Ich habe mir ein MP3, ein MP3, was eine gute Qualität hat, da habe ich mir schon runtergeladen, höre das manchmal. Und erstaunlicherweise, ich hätte gedacht, dass YouTube sowas wegsperrt, aber scheinbar ist das erlaubt. So vielleicht wie das Bootlegging früher, keine Ahnung. Das moderne Bootlegging und wie auch immer. Also ganz interessant das. Also wie gesagt, andauernd, wenn du dann ein Konzert geguckt hast, wird dir bei YouTube ja auch jedes andere noch vorgestellt. Naja, und da wusste ich ja auch, ich gehe noch auf zwei, drei andere Konzerte und dann kann ich mir auch vorstellen, mit meiner Leica irgendwo am Berg zu stehen und zu sagen, ich mache irgendwo ein geiles Bild von der Tour de France, aber dann würde ich wahrscheinlich wie so ein, wie du auch. Dann wirst du doch ein Tälerobjektiv haben. Ja, oder eine Leiter mitnehmen und die dann hinterher verkaufen oder vermieten, wie du das schon mal gemacht hast. Ja. Aber dann wüsste ich ja genau, welches Bild ich haben will und das ist ja was anderes, außer als jetzt irgendwie, Am schlimmsten ist ja diese Nummer Selfie und da kommt der Radfahrer auf dich zu. Und vielleicht, also es gab ja auch schon mal, wo Frumer da am Mont Ventoux letztendlich gestürzt ist und dann auch noch laufen musste ohne Fahrrad, wo es auch Stau gab durch die vielen Zuschauer. Aber diesmal ist es mir sehr aufgefallen, wie diese Handykultur da gewachsen ist. Also Alpe d'Huez mit betrunkenen Holländern am Berg ist sicherlich auch nicht einfach durchzufahren und sonst wie. Das gehört auch vielleicht ein bisschen mit dazu, dass es nicht alles glattgeleckt wird, sonst sind wir wieder beim Fußball, wo alles so perfekt und nur perfekte Bilder. Ja, und es kostet keinen Eintritt, wo wir vorhin, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber wo wir vorhin über olympische Spiele geredet haben, wo du sagst, wer soll das eigentlich bezahlen als in Anführungsstrichen Normalsterblicher und wie da hunderte bis tausende Euros rauszugeben, um mal zu einem Finale zu kommen, denn das ist die Tour de France, das ist das Finale. Und dass du dann am Tourmalet, am Mont-Rentoux, am Alpe d'Huez natürlich ohne Geld anreisen kannst und dich rechtzeitig in die Schlange erscheinen, das sollten wir natürlich auch nicht verbieten. Und es muss auch, wie gesagt, dass es ein bisschen durcheinander ist, davon lebt das Ganze, davon leben die Bilder, davon lebt auch die Stimmung und das ist auch, glaube ich, krass als Radfahrer durch so eine Fahne, die sich im letzten Augenblick öffnet, durchzufahren. Ich glaube, das ist schon wahrscheinlich irgendwie auch ganz geil, aber irgendwie, wenn du dann angefasst wirst und dann nervt es. Gab es eine Schlägerei? Hast du das mitgekriegt? Nein. Ein Fahrer hat den einen Zuschauer auch zurechtig einen mitgegeben. Ja, aber das gibt es ja öfter mal. Ja, das habe ich aber selten in der Kamera im Fernsehen gesehen. Hat ihm richtig einer verpasst, einem Zuschauer, wo ich auch dachte, Ja, oder wenn dann so ein komischer Besoffener neben dir herläuft und so, das ist dann schon, glaube ich, auch. Es ist am Ende, oft ist es auch diese Alkoholnummer, wo du sagst, okay, ohne das wäre es wahrscheinlich auch gesitteter. Und diese Handynummer, da habe ich jetzt aber auch gehört, dass es wohl in Belgien eine andere Art von Banden gibt, also von den Streckenabsperrungen, die dann irgendwie sicherer sind, den Zuschauer noch ein bisschen nach hinten versinnen. Habe ich aber jetzt noch nicht recherchieren können, was es genau ist, wo dann viele gesagt haben, sowas gehört bei der Tour de France eigentlich auch in den Zielbereich. Und natürlich wurde auch kritisiert, hier diese S-Kurve, Sprint in S-Kurve und so, das war jetzt vielleicht auch nicht ideal. Ja. Ja, das kommt ja mit dazu. Also das war so ein Punkt. Aber Jasper Philipsen, Alpecin-Team, wo du genau weißt, die haben jetzt schon zwei Sprintetappen gewonnen, um auf deine Doku hinzugehen vom letzten Jahr. Da weißt du genau, für die ist schon mal die Tour de France ein Erfolg. Das war doch genau der Jasper Philipsen, der letztes Jahr keine Sprintetappe gewonnen hat und dann die letzte in Paris. Und wo dann auf einmal, ja, für so ein Team, das ist, und das ist auch der Unterschied zwischen Giro und Vuelta. Giro ist auch schön, eine Etappe zu gewinnen. Vuelta ist auch schön, eine Etappe zu gewinnen, Gesamtsieger zu sein bei der Vuelta und beim Giro ist auch natürlich krass. Aber welchen Stellenwert diese Etappe ist? Aber eine Tour de France Etappe ist meines, würde ich ja fast sagen, ist so viel wert wie ein Gesamtsieg bei der Vuelta. Also das macht es auch so, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das macht es auch so anders gegenüber Giro und anderen Rennen, wo du auch mal eine Bummel-Etappe hast. Hier gab es eine Bummel-Etappe, wo auch sich gleich aufgeregt wurde, aber es gab auch wirklich nur die eine, wo man sagt, okay, wir fahren jetzt einfach zum Sprinten. Ich meine, es war die vierte. und da, wo man dann wirklich sagt, okay, das macht den Unterschied aus und das macht auch den Unterschied, das Fahrerfeld macht auch einen riesen Unterschied aus, weil alle in Bestform kommen und das ist auch, finde ich auch, einen Unterschied zum Damenradsport noch, weil der Damenradsport, finde ich, so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, schon Spaß macht anzugucken, da können wir vielleicht nachher auch nochmal einen kleinen Ausblick geben auf die Tour de France Femme. Avec Zwift, nicht vergessen. Aber der Unterschied, das habe ich jetzt ja auch durch die Doku noch ein bisschen zusätzlich gelernt, diese, wir haben ja zehn bis 15 verschiedene Fahrertypen, die auf verschiedenen Etappen ihre Stärken zeigen können, wo ein anderer Fahrertyp keine Chance hat. Der eine, Jasper Philipsen jetzt einfach auf der Zielgeraden der Schnellste zu sein. Aber, da würde ich kurz eine Sache reinmachen, der hat aber auch den Lead-Out-Man, den auf Deutsch Van der Poel. Ja, genau, den Nicht-Anführer, wie heißt das auf Deutsch? Den Anfahrer. Das heißt, der hat auch einen Anfahrer, der selber gewinnen könnte. Der, der ja da, also der Anzug, also das ist ja ein Geschenk für ihn sicherlich auch. Und dann habe ich auch, ich habe es leider nur auf Englisch gehört, hat er ja auch auf Englisch gegeben, auch ein sehr schönes, ich habe sehr schöne Originaltöne mir reingezogen, wo ich sagte, krasse Originaltöne, wenn man die so einfängt, wo er auch gesagt hat, naja, wenn er nicht hinter mir wäre, der Philipsen, so ein Risiko würde ich, wenn er nicht hinter mir würde, auch ungern gehen wollen. Aber weil er hinter mir ist, gehe ich dieses Risiko. Also das ist ja auch ziemlich ehrlich, fand ich das, dass er sagt, dieses Risiko ist natürlich schon sehr, sehr hoch, dass man da geht. Aber er weiß halt, er hat den da hinter sich im Schlepptau, den er halt anzieht für den Sprint und der macht dann auch die Etappe. Würde er das nicht, den nicht hinter sich haben, würde er sagen, dann würde ich das Risiko so auch nicht gehen. Hat er gesagt. Ah, krass. Fand ich stark. Also wo er auch selber zugibt, das ist auch eine Spur, wer weiß nicht alles, was für schlimme Stürze die alles mit erlitten hat. Er ist ja kein Sprinter. Genau. Normalerweise hat er da in dem Getümmel vorne nichts zu suchen, der fährt halt die Klassiker vorne mit und dann ist das Feld aber auch nur noch 20 Mann klein und nicht irgendwie noch 80, die dahinter sind und alle verrückt spielen. Ja, aber diese Fahrertypen, um da nochmal drauf zurückzukommen, das finde ich halt spannend. Dann geht es leicht bergauf und dann gewinnt nicht Jasper Philipsen, sondern wer war das denn? Wer hat ihn dann da überholt? Der Däne war das. Genau. Mats Pettersen. Der ist doch Trek Lidl. Ja, ja. Muss man sich erstmal dran gewöhnen an Lidl, Trek, Trek, Lidl, Lidl. Das habe ich hier als Stichpunkt drin. Supermärkte. Habe ich als Stichpunkt Supermärkte. Ich weiß nicht, ob du. Nee, ich habe als Stichpunkt den Namen Lidl, Trek drin, weil der im Englischen als Lidl, Trek ausgesprochen wird. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Da habe ich gar nicht geschnallt. Und das habe ich im Englischen, habe ich hier in dem Johann Brunet Podcast gehört, dass die nochmal extra drauf hingewiesen haben, nennt das doch bitte Lidl, Trek, liebe englischen Moderatoren. Also die haben richtigen Hinweis wohl bekommen. Ah. Und im Deutschen, im Deutschen, der, der, der deutsche Kommentator bei Eurosport, wie heißt denn der nochmal? Ist das, ich weiß nicht. Rominger ist das nicht mehr. Ja, der ist schon lange her. Der aber immer, der immer kommentiert. Warum weiß ich denn den Namen nicht von dem, der da immer kommentiert ist? Ich glaube, wird der irgendwie genannt oder steht der immer irgendwo? Egal. Der sagt dann Lidl, ganz oft Lidl, Dreck. Also Dreck, also Lidl, Dreck. Der sagt dann so nicht Dreck so richtig, das T scharf, sondern es hört sich an, fast an wie Dreck. Der sagt dann mal Lidl, Dreck. Also ich habe Lidl, Lidl, Erinnere mich nachher nochmal dran, was ist eigentlich mit den Supermarktketten los? Aber das, das kannst du nochmal reinwerfen oder wir müssen es jetzt machen. Ich schreibe es dir drauf. Supermarktketten. Jedenfalls fand ich das, fand ich das spannend, dass das dann, dass dann Mats Patterson mit einer leichten Ansteigung ist der dann der Beste. Dann gibt es diese Ausreißer-Etappen, dann gibt es Leute, die genau im Hochgebirge was können und dafür aber nicht und auch zwischen den Favoriten, der eine da und der andere da. Der eine Däne hat auch einen Originalkommentar gegeben bei der Ausreißer-Gruppe. Der war 60 Kilo schwer und hat aber trotzdem nicht die Bergetappen gewonnen, obwohl er nur 60 Kilo gewonnen hat. Ja, ja, ja. Und der hat, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ich war auch nicht. Ich habe es mitbekommen, ja, ja. Und dann hat er in dem Interview gesagt, naja, ich habe halt jetzt auch wirklich hart gearbeitet, 20 Kilo mehr anzufuttern. Das war auch eine harte Sache, aber jetzt bin ich auch bei den Ausreißer-Gruppen dabei. Damit du auch mal merkst, das ist ja so die Stärke auf Waut von Art oder so, wo ich das Gefühl habe, naja, so ein Winkelgart ist gar nicht so der perfekte Ausreißer, weil er ja so ein kleiner, das ist wirklich ein bisschen unfair, dass ich das so sage, aber ich hatte so ein fliegendes Hemdchen im Kopf, weil er ja auch wirklich ein Leichtgewicht ist, wo er natürlich auf Gesamtsieg und Bergankunft und so natürlich müssen ja alle leicht sein, aber eben so eine Ausreißer-Gruppe kann der ja gar nicht mitgestalten, wenn er nicht einen vor sich hat. Ja, aber die Geschichte mit den 20 Kilo zunehmen, habe ich auch mitbekommen. Ja. Also geregelt zugenommen, er hat dann das über eine lange Zeit und sonst viel. Aber ich fand das interessant. Und dann, weil er sonst nicht gewinnen konnte. Interessant, ne? Also, habe ich übrigens... Oder weil er, glaube ich, mit der... Nee, sein Talent war nicht groß genug, um bei den 60 Kilo Leuten so stark mitzufahren, um eine Bergetappe zu gewinnen, wo er gesagt hat, ich muss mich... Und das ist ja ein geschäftliches Interesse. Er will ja Geld damit verdienen. Klar. Er musste sich umorientieren und zu sagen, was mache ich mit meinen Wattzahlen und wie kriege ich mehr Watt auf die Pedale, ja, mehr zunehmen und so weiter. Auch eine Interesse. Weil sonst hätte er vom Radsport nicht leben können. Genau. Aber das ist mir auch aufgefallen, weil ich das auch... Das passte natürlich jetzt auch gut in die Urlaubszeit rein, wo man halt viele von diesen Interviews aufnehmen konnte. und das bleibt prägend hängen, dass ja so unheimlich tolle Interviews geführt wurden mit den unterschiedlichsten Fahrern und nicht nur mit den Etappensiegern. Die Interviews mit den Etappensiegern, da war ich ja manchmal den Tränen nahe. Also da bin ich ja... Ich bin ja eigentlich nicht so den Tränen nahe. Aber da waren ja rührende Interviews dabei, insbesondere von den Bahrain-Fahrern, die natürlich auch noch den Tod zu verkraften hatten bei der Tour de Suisse und so, wo man schon merkte, also ich habe jetzt ja nicht geflennt und war auch nicht so, aber wo ich kurz davor war, sagte, wow, ist das eine ehrliche, emotionale Interviewstrecke gewesen mit den Leuten. Die waren ja völlig außer Sicht, dass sie diese Etappe gewonnen haben. Also da war ich schwer beeindruckt. Und der eine Spanier hatte dann gesagt, na, ich bin jetzt 13 Jahre Profi. Ich habe 13 Jahre gewartet auf diesen Tag, und es hätte auch passieren können, dass ich nie eine Tour de France-Etappe gewinne. Aber wo du sagst, ja krass, man ist 13 Jahre, jetzt nehmen wir mal die Arbeitswelt irgendwo, bis man dann Abteilungsleiter wird. Oder I don't know, was man sich da so erträumt davon. Aber das war sehr rührend, dass er dann sagte, also das fand ich auch, die haben mich wirklich mitgenommen, die Interviews. Genau, eins dieser Interviews ist ja auch viral gegangen und zwar das von Mathe Mohoric, ich habe mir die ganzen Namen aufgeschrieben hier. Heute mal hat Ingo die ganzen Namen. Genau, und der hat ja, da ging es ja auch um, das war ja auch einer der Bahrain-Fahrer, der diesen Tod von Gino Meda da verkraften mussten. Und das war 19. Etappe. Man kann bei YouTube auch diese ganzen Interviews zu den Etappen finden. Ah ja. Und den habe ich hier tatsächlich auch als Link drin. Habe ich auch mit einem Kollegen vorhin noch gesprochen hier. Und der, das geht, wir gingen so ein bisschen viral als eins der ehrlichsten Interviews, die es je gegeben hat. Und wahrscheinlich ist das eins, was du auch gesehen hast. Wenn ich es jetzt aufmachen würde, würdest du sagen, genau das meinte ich. Ja, aber deswegen schön, wenn wir es jetzt hier verlinken. Wo der gesagt hat, ich habe so viel Sacrifices und so weiter. Und meine, 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 die Mechaniker stehen morgens um sechs Uhr auf und gehen um 23 Uhr ins Bett und ich fahre da den ganzen Tag und weiß gar nicht, ob ich mitkomme. Und auch an dem Tag meinte er, ja, die sind alle so schnell und ich wusste, ich wusste gar nicht, ob ich dranbleiben kann und was nicht alles. Und das war schon, war schon sehr, sehr geil. Und das ist auch was und das gehört auch ein bisschen mit dazu, wo man sagt, ja, wie geil. Das war, ich meine, das war die Etappe, wo diese drei Jungs, vier Jungs vorne weggefahren sind und die Sprintetappe vereitelt haben. Nee, das war ein Tag später. Tag später. Ein Tag vorher hat Jasper Askren gewonnen und dann Matje Moroic hat am nächsten Tag gewonnen als Ausreißergruppe, aber einen Tag vorher diese Ausreißergruppe-Geschichte. Die Ausreißergruppe hat der Clickstep-Fahrer gewonnen. Genau, da kommen wir auch noch mal, weiß ich nicht, ob wir da, ob wir jetzt einfach kreuz und quer irgendwelche Etappen raussuchen, die uns aufgefallen sind oder ob wir da der Reihe nach nehmen müssen. Also am Anfang haben wir jetzt ja diese Sprint-Sache mit Jasper Philipsen so ein bisschen besprochen und Anfahrer, Lead-Out-Man, Anfahrer, jetzt haben wir es, starke Leistung und wir hatten darüber geredet, dass du ein kleines bisschen diese Doku noch mal im Hinterkopf hattest von Netflix vom letzten Jahr, wo man sagt, naja, da wusstest du auch schon, Team Alpecin ist jetzt schon mal happy. Die haben schon mal die Miete eingefallen. Wohingegen dann natürlich so Teams wie Bora auch noch warten, dass sie auch einen Sieg einfahren und hier und da. Also das ist ja, ja, ganz, ganz, ging es mir ähnlich, ja. Aber die Interviews, die fand ich sehr beeindruckend. Ja, ja, also da, ich verlinke das ein, habe ich definitiv ja als Link auch schon in den Shownotes drin. Hast du dieses Interview von Jonas gesehen, wo es um das Thema Doping ging? Ich habe davon gelesen, meine ich. Ich habe es gehört. Okay. Und also, ich gebe meine Meinung kund und die sage ich hier auch ganz effen und ehrlich, fand ich auch ein sehr ehrliches Interview und frontal. Okay. Wo er halt ganz klar gesagt hat, er freut sich halt, also ich gebe das jetzt in meiner Tonfeil wieder, was bei mir so hängen geblieben ist, dass er halt und das vor der Kamera so deutlich habe ich das noch nie gehört und überzeugend auch gesagt hat, er weiß ja von sich, dass er nichts einnimmt und von daher weiß er, dass sein Tour de France Sieg für immer stehen bleiben wird, dass ihn den niemand wegnehmen kann, weil er ja weiß, dass er nichts nimmt. Finde ich immer schon eine sehr mutige Sache, weil man kann ja auch reingelegt werden, das wissen wir, könnte ja auch passieren, dass ihn jemand reinlegt, also was auch mal früher da für Sachen war. Ja, das war aber meistens eine Ausrede. Diese Zahnpasta-Nummer. Aber unabhängig davon kann man ja sowas auch in eine Falle tappen oder unterliegen oder verunreinigte Sachen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich fand es unheimlich stark von ihm, dass so knallhart in die Kamera... Wann hat er denn das Interview gegeben? Das war ein Vorab-Interview. Ach. Und das war halt in seiner Heimatstadt in Dänemark aufgenommen und das fand ich halt so überzeugend. Das fand ich wirklich überzeugend. Kann man bestimmt bei YouTube noch finden. Naja, aber ich bin da ja... Da wäre ich ja egal, wie überzeugend es ist, die Skepsis... Na klar, aber trotzdem ist es ja ein Statement, wo ich sage, das finde ich ja trotzdem gut, dass jemand das Thema offensiv auch anspricht und nicht sagt, darüber möchte ich aber nicht interviewt werden und das Thema möchte ich aber... Ich zeige Ihnen gerne mal ein kleines Dorf, wo ich hier wohne und hier und da und so, aber darüber möchte ich am liebsten weder so noch so noch reden, dass man dem nicht aus dem Weg geht, denn es ist ja offensichtlich, dieser Talk ist ja so alt, wie es die Tour de France-Sieger gibt. Der Talk ist ja auch schon lahm. Wir zweifeln das an und zweifeln das an, das ist ja immer da, das wird nie weggehen. Das ist auch nicht nur beim Radsport so da, das ist auch, außer beim Fußball, da ist das nie das Thema, aber das war ein Scherz mit Fußball. Aber ansonsten ist es ja immer, ob du 100-Meter-Sprinter bist oder was auch immer du für einen Sport machst, wenn es da um richtig Ausdauersport geht und nicht um Schach, dass das immer im Raum steht. Ob das mit rechten Dingen geht, da bin ich auch schon müde, das zu besprechen. Fand ich es trotzdem gut, dass er es offensiv so gesagt hat. Fand ich richtig gut. Also ich fand es gut. Ja, er wurde jetzt wohl auch nochmal gefragt, und da kam dann wohl auch eine Antwort, ja, weil es geht wohl jetzt um Substanzen, die noch nicht verboten sind, die wohl hier und da kursieren, man nimmt davon nichts und kennt sich nicht aus und sonst wie, aber das ist halt so. Na gut, die Fragen werden immer kommen, habe ich jetzt aber auch nichts rein- oder rausinterpretieren können. Aber wenn wir bei diesem Thema schon mal sind, ist ja jetzt die Frage, warum Leistungen und Tour de France jetzt so schnell werden oder die Tour de France so hart und auf so hohem Niveau die Etappen auch schneller gefahren werden gegenüber den Epo-Zeiten zum Teil. Oder die Epo-Zeiten oder die einzigen Fahrer, die da überhaupt drankommen könnten, von früher sind die die Epo-Fahrer, weil wir auf einem anderen Level unterwegs sind, als wir früher unterwegs waren. Und da, das ist ein Punkt, den ich mir hier auch aufgeschrieben habe, wo ich, ja, was so ein bisschen, was ich so ein bisschen interessant finde, darüber zu diskutieren, zu sagen, ja, ist das jetzt eine andere Generation an Fahrern? Woran liegt es? Liegt es an den schnelleren Fahrrädern, an den anderen Trainingsmethoden und so weiter? Also ich habe da so auch so einige selber so ein paar Denkansätze wo man vielleicht mal drüber sprechen kann. Wo ich jetzt aber auch gar keine clevere Antwort geben kann, außer, dass ich in zwei Sachen schon, glaube ich, sagen kann, dass natürlich eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich schon mit dem Material, insbesondere mit den Hochprofilfelgen und was da aerodynamisch natürlich gemacht wird und den Trikots und mit den aerodynamischen Socken und was da alles momentan reinspielt, da wird schon noch mal eine Schippe draufgelegt, wie vor 40 Jahren, natürlich ist das so oder wie vor meinen Dingen 25 Jahren. Da ist natürlich wirklich eine Entwicklung da, die man aerodynamisch der Technik zu sortieren kann zu der Generation, ob diese Generation Fahrer, da haben wir doch auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass natürlich du auch schon sagtest, naja, ob da nicht die 16-Jährigen auch schon die Waage rausholen und alle Kalorien abwiegen und aufschreiben, was da so genommen wird, das ist sicherlich anders geworden, professioneller geworden und die Generation, die dieses Spiel akribisches Trainieren, viel Verzicht, gerade wo wir über diese leichtgewichtigen Fahrer geredet haben, dass wenn du diesen Weg nicht mitgehst, du gar keine Bergetappe gewinnen kannst, weil es ist ja ganz klar, wiegst du 70 Kilo, wirst du da nichts gewinnen. Naja, oder wiegst du 60 Kilo und hast kein Talent, musst du 20 Kilo zu legen, um woanders punkten zu können. Da kann ich aber ehrlich gesagt also ich habe da über den Johann-Brunil-Podcast ein paar Sachen mal mit mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich ganz spannend fand. Einmal der Punkt, das Zeitfahren von Jonas Wingegard, das wurde wohl irgendwo ganz gut analysiert und ich habe aber jetzt einfach nur die Stichpunkte von Johann-Brunil mir mal rausgeschrieben. Ich habe den Originalkommentar gerade für dieses Zeitfahren rausgenommen, das passt ja in deinen Ton, habe ich mir aufgeschrieben, Jonas ist on another planet hier. Ja, so und das ist ja der Punkt, wo, 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 also das ist ja der Punkt, wo wir auf einmal ein Rennen gesehen haben, wo ein sehr, sehr starker Fahrer, ein potenzieller Tour de France Sieger eingeholt wurde und das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war zu Lenz Armstrong und Jan Ullrich Zeiten, wo Jan Ullrich auf Bjarne Ries aufgefahren ist, weiß gar nicht, ob Lenz mal auf Ullrich aufgefahren ist oder nicht, aber oder auch Leute eingeholt hat, aber auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, wie Jan Ullrich diese zwei, drei Minuten das Loch zugefahren hat. Jetzt muss man sich aber überlegen, Jan Ullrich hat das in 50 Kilometern gemacht, wir reden hier von 22. Naja, und du darfst nicht vergessen, der Anstieg zum Schluss waren glaube ich fünf oder sechs. Ja gut, der Anstieg, der macht das natürlich, macht das Zeitfahren eigentlich virtuell ein bisschen länger gegenüber einem flachen 50 Kilometer Zeitfahren, aber früher waren es 50 Kilometer, um seinen Vordermann einzuholen und jetzt, wenn ich das, ich habe jetzt mal diese ganzen Zahlen, die ich aufgeschnappt habe, hier aufgeschrieben, das heißt, er ist gegenüber Pogaccia vier Sekunden schneller pro Kilometer gefahren, pro Kilometer vier Sekunden, das macht am Ende zwei kmh schneller als Pogaccia, zwei kmh sind ja Welten. Klar. Also überleg mal, wenn ich einen 30er Schnitt fahre oder einen 32er Schnitt als Hobbyfahrer. Das ist ja noch harmlos. Das steigt ja nicht linear. Von 42 zu 44 ist ein ganz anderer Schnack. Also insgesamt war er fünf Prozent, damit fünf Prozent schneller als Pogaccia, also ein fünf Prozent schnelleres Rennen. Das gab es das letzte Mal 1961 mit Jacques Anquetil und das letzte Mal, dass Ulrich, das Beispiel das letzte Mal, dass jemand eingeholt wurde von eins auf zwei war Jan Ulrich mit drei Minuten, aber da war das Zeitfahren halt einfach doppelt so lang. Eine längere Strecke, ja. Also ultra krass, dass wir da auf einmal und Wiengegart selber ja, da gab es wohl auch Interviews oder habe ich gelesen von Originalzitate gelesen, dann aber auf so einer deutschen Webseite, so nach dem Motto, er hat selber nicht geglaubt, was sein Wattmesser sagt. Er wollte locker fahren mit 360 Watt und hatte 380 drauf und solche Sachen. Der hatte wohl und Johann Brunil hat das auch so ein bisschen erklärt, er meinte, es gibt Tage, wo das Gehirn und Euphorie und alles an einem Tag zusammenkommt, wo du zu so einer übermenschlichen Leistung in der Lage bist, wenn alles passt, die hast du dreimal in deinem Leben. Das war so ein bisschen die Erklärung, die er gegeben hat. Am Ende ist es so, man weiß nicht, was da passiert ist. Ich finde es krass. Zumindest hat man ja gesehen, dass Pocaccia vielleicht nicht seine beste Form hatte, das hat man ja dann an den nächsten Tagen gesehen. Ja, aber vorletzter Tag, wo Pocaccia sagte, ich fühle mich grandios, jetzt greifen wir dem vor, aber wo er dann auch die Etappe gewonnen hat, wo er schon den ganzen Tag gesagt hatte, ich fühle mich super, ich weiß, das ist mein Tag. Und vielleicht ist das auch dieser ganz kleine Grad, wo man dann sagt, ja, das entscheidet es dann in den entscheidenden Bergetappen, wenn du diese drei, vier Tage nicht auf deinem Top-Fit-Niveau bist, dass du dann eben Zweiter bist. Ja, aber die, 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 dann habe ich mir viele Gedanken gemacht, warum ist die Tour de France, oder wurden sich auch viele Gedanken gemacht, warum ist die Tour de France so schnell? Ja, die Durchschnittszeiten der schnellen Etappen, meine ich, ist einfach dem geschuldet, dass es einfach viel mehr Interessen gibt. Und da hat Jonathan Brunel in seinem Podcast auch irgendwann mal gesagt, ja, früher gab es den Patron. Der gab immer einen älteren Fahrer, der, der irgendwie ein bisschen das Sagen hatte. Es gab, das gelbe Trikot hatte ein bisschen, wenn das gelbe Trikot gesagt hat, es wird jetzt gebummelt, dann wurde gebummelt. Er meint, das gibt es heute nicht mehr. Also das ist schon eine Änderung, das, und das unterstreicht auch die Netflix-Doku, wir machen Alarm. Und dann sitzt zwei Busse weiter, das andere Team, heute ist unser Tag. Und dann passiert das halt, dass sich aufgeschaukelt wird. Und da diese Geschwindigkeit, und das ist halt so, wenn andauernd einer vorne rausfahren will und das Feld muss hinterher springen, steigt die Geschwindigkeit, dass wir wirklich mal, dass diese Bilder, und das weiß ich noch von früher, erinnerst du dich vielleicht auch dran, zu Ulrichs und Lenz-Armstrong-Zeiten ganz oft fünf, sechs Fahrer nebeneinander vorne gefahren und das Feld ist vor sich hingebummelt und vorne fünf Minuten war eine Ausreißergruppe. Heute waren die maximal ein, zwei Minuten weg. Ja, genau. Deswegen freue ich mich auch, da kommen wir ja noch zu, dass dieses Ausreißerfeld da mit sechs Sekunden im Ziel angekommen ist. Und was du auch noch nicht vergessen darfst, es gibt unheimlich viele Etappen, die deutlich unter 200 Kilometer sind, und die längste Etappe waren 208 Kilometer dieses Mal. Dass es dadurch schneller wird. Das ist natürlich auch ganz klar, wenn ich weiß, auch wenn sie jetzt, die Strecke war ja dieses Jahr mega hart, also muss man ja sagen, also bergmäßig war das ja, also obwohl Vontou gefehlt hat, obwohl Alpe d'Huez gefehlt hat, war es ja trotzdem bergemäßig nicht zu toppen, was die Härte angeht, gab es ja keine 280 Kilometer Etappe und sowas gibt es gar nicht mehr. Ja, es ist am Ende wirklich so, dieses, und das ist auch das, was dann wieder anders ist als Vuelta und Giro, da ist das nicht so. Da geht es nicht jeden Tag um einen Vuelta-Sieg, in Anführungsstrichen, wo man sagt, Tour de France-Sieg ist so viel wert wie ein Giro-Gesamtsieg. Warum machen wir einen Podcast zum Thema Tour de France? Also jede Tour de France-Etappe wird, und das glaube ich, ist in den letzten Jahren, hat sich auch nochmal potenziert, jede Tour de France-Etappensieg wird immer mehr wert. Und so eine Mannschaft wie Education First, die keinen Sieg hat und nicht weiß, ob sie nächstes Jahr überleben können, die dann da auf Biegen und Brechen sehen müssen, dass sie irgendwie eine Etappe gewinnen können. Das war wieder die Netflix-Doku. Ja, ja, ja. Also super interessant. Die Leistung auch outstanding, auch da in dem Johann-Bruniel-Podcast immer mal wieder so nach dem Motto, der hat dann mal analysiert, Jonas Wiengegart ist so und so viele Minuten 6,9 Watt pro Kilo getreten und sonst wie, und er meinte, nee, oder 8 Watt teilweise und solche Sachen. Wer das mal bei Zwift tritt, der ist ja, 10 Minuten kann der duschen gehen. Ja, also es ist krass, es ist ein bisschen, wie gesagt, man hat ein bisschen das Gefühl, hoffentlich geht das alles mit rechten Dingen zu, hat man immer irgendwie, aber es ist nicht greifbar. Ich habe jetzt auch mal gehört oder finde es auch ganz interessant, dass es wohl, früher war es ja so, dass es akzeptiert war. Es gab die Romerta, man hat nicht drüber geredet, es war akzeptiert und das soll wohl heute in dem Feld anders sein, dass wenn einer irgendwie auf dumme Gedanken kommt, dann wird der sofort angeprangert. Also dass das vielleicht dann wirklich sauber ist. Was ich hochinteressant finde, ist diese Entwicklung, dass so Leute wie Jan Ulrich dann mit Übergewicht aus dem Winter kamen und sonst wie, das wird es jetzt nicht mehr geben. Und das habe ich jetzt auch gehört, das hat Johann Breniel auch nochmal rausgehört, dass die Jugend heute mit 15, 16 wiegen die hier essen und haben einen Trainingsplan ohne Ende, da wird abends kein Bier getrunken, es gibt kein Alkohol und wie viele Autobiografien von Radsportlern habe ich schon gelesen, was die für Party gemacht haben am Renntag vorher. Die sind Paris-Roubaix gefahren und waren einen Tag vorher saufen. Dann hast du deinen Arbeitgeber, schmeiß dich aus. Ja, das ist wahrscheinlich heute ein bisschen mehr Disziplin. Jonas Winkegaard mit seiner Outstanding-Leistung kann ich mir nur so erklären, das Interessante auch da ist ja an dieser Strategie, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben, der hat ja am nächsten Tag, wo Pocaccia so an dem Berg geplatzt ist, das war ja die Königsetappe. Genau, das war ja nach dem Zeitfahren. Das war nach dem Zeitfahren. Da habe ich ja voll auf Pocaccia gesetzt. Und die haben alles auf diesen Tag gesetzt. Der Tour de France, also da habe ich gehört, dass die letztes Jahr im Dezember, also haben die im Dezember den Plan geschmiedet, an dem Tag holen wir uns die Tour de France. Okay, das habe ich nicht mitgekommen. Und das finde ich hochinteressant. Und das erklärt vielleicht auch, warum Jonas Winkegaard an den Tagen seine stärksten Tage hatte, weil er vorher noch gar nicht alles geben wollte und musste. Er hat ja den einen Tag, hat er eine Minute rausgefahren an Pocaccia. Aber ganz kurz, die Minute, um das auch nochmal klar zu machen, die Minute hat er auch nur auf einem einzigen Kilometer rausgefahren. Ist dir das klar? Das ist ja, das geht gar nicht. Also wenn wir jetzt schon davon reden, von anderen unglaublichen Leistungen, Mann, oder der Pocaccia hat auch wirklich echt da ins Klo gegriffen. Aber die Minute hat er auf einem Kilometer verloren. Ja, aber da ist Jay Hindley doch mitgefahren an dem Tag auch noch. Also das war ja nicht so, dass er da komplett allein unterwegs war. Ja, aber trotzdem ist eine Minute auf einem Kilometer, wie soll das, also das ist schon wirklich, naja, da tat mir Pocaccia auch leid. Aber, ganz kurz, wenn du überlegst, dass der Abstand über eine Minute war zwischen den beiden und dann der niedrigste Abstand waren glaube ich sieben oder acht Sekunden, fand ich ja super spannend zu dem Zeitpunkt. Und hätte jetzt Pocaccia den Tag seines Lebens gehabt und Jonas hätte nach dem Zeitfahren einen grausamen Tag erwischt, hätte es auch andersrum ausgehen können. Ja, ja, ja. Also das, die Etappe nach dem Zeitfahren, die habe ich ja gefressen. Also die fand ich ja, also da war ich auch der Meinung, da entscheidet sich die Tour. Genau. Und sie hat sich auch entschieden. Hochinteressant und das ist wieder auch Netflix-Doku im Hinterkopf, wo man sagt, mit Christian Niermann und sonst wie, dass die da einen Masterplan ausgeheckt haben und gesagt, okay, natürlich, die anderen Etappen sind auch wichtig und da mal eine Minute rauszufahren, hat er mal wieder, dann hat er die nächste, der hat ja die Minute rausgefahren und in den nächsten drei, vier Etappen hat er immer sieben, acht Minuten der Winkelgart gegen Pocaccia verloren. Auch die Etappen gegen Pocaccia verloren, wo Pocaccia dann im Zielsprint immer schneller war. Ja, der ist aber auch der vom Antritt her der Explosivere. Genau. Aber dann diesen Masterplan im Kopf zu haben und dann wirklich an dem Tag zu liefern beziehungsweise einen Tag vorher schon beim Zeitfahren zu liefern, da war wohl das gesamte Team ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Danach habe ich mir aufgeschrieben, sieben Minuten 35 Rückstand danach. Ja, aber irgendwie Und die Etappe, Entschuldigung, dass ich das auch noch aufgeschrieben habe, habe ich mir extra noch markiert, war auch nur 165 Kilometer, aber im Knüppel hart. Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Aber da gab es ja denn diesen Funkspruch bei Eurosport, ich weiß nicht, ob du den auch mitbekommen hast. I'm dead. Ja gut, wer den Funkspruch nicht gehört hat, der erfährt den jetzt tatsächlich unserem, also den fand ich aber auch schön. Ja. Ich fand sowieso den Pocaccia in seinen Interviews auch sehr sympathisch. Der soll auch sehr beliebt sein im Feld, weil er wohl immer fröhlich ist, immer respektvoll mit jedem umgeht und nie schlechte Laune hat, immer gratuliert, also auch mit Winkegaard und er waren ja auch immer da nebeneinander beim Ausfahren und sonst, die haben immer Shake Hands gemacht und er soll wohl super sympathisch sein, obwohl ich ja bekennender Winkegaard-Fan gerade im letzten Jahr war, weil man gedacht hat, ach, nicht wieder Pocaccia, der ja schon zwei Jahre vorher gewonnen hat, so ein bisschen Underdog-Fielding. Genau, aber das kann man ja immer nachvollziehen, wenn jemand schon zwei Siege hat, dann, ach Mensch, gönne es doch mal jemand anders und nächstes Jahr würde ich den Yates gönnen, weißt du, oder wem auch immer. Ja, okay. Naja, und dann ist es so, das ist jetzt so, wo ich sage, okay, der Pocaccia, der hat in der Sympathie, auch gerade, weil er jetzt auch mal Schwächen gezeigt hat, finde ich ja auch. Ja, und weil er das gut im Teamradio dann gesagt hat, I'm dead, das ist ja, dieses Teamradio, das ist ja übrigens, ach, da haben wir gerne, da müssen wir auch noch drüber reden, über Teamradio. Naja, Hast du das mit dem Tiger und dem Krokodil? Nö. Ah, du weißt nicht, wovon ich rede. Nö. Das machen wir gleich, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist so, wo ich sage, okay, der hat einen schwachen Tag, das kennt man ja auch von früher, dass mal einer einen schlechten Tag hat und dann hat er wieder einen guten Tag und gewinnt die Etappe, es war dann auch wieder sympathisch, ist auf dem Chancelisier, hat er noch mal attackiert, so ein bisschen für die Galerie wahrscheinlich auch nur am Ende, aber es ist, weiß ich nicht, hat irgendwie Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, am Ende war es wirklich so, dass es mir leid tat oder dass es so schade war, dass auf einmal sieben Minuten, das hat, ich fand das super spannend vorher, das Zeitfahren ist ja ja nicht schlecht gefahren, nur dass Wiengegart den Tag seines Lebens hatte, was ich, wie gesagt, was ich hochinteressant finde und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung, warum Leistungen so stark sind, wie sie sind aktuell, wenn du sagst, im Dezember sagst, an dem und dem Tag muss ich Höchstform haben und darauf arbeiten wir hin, dass wir an der Etappe angreifen und das ist schon etwas, was so, glaube ich, früher nicht annähernd möglich war, weil du gar nicht die Daten und die Möglichkeiten hattest, die Powerwerte und Analyse-Tools und dann wirklich zu sagen, dann und dann ins Höhenlager, dann und dann wieder zurück und so weiter, ich glaube, da sind wir alleine von der Mathematik der Daten und Datenverarbeitung einfach und Smartphones und Garmin-Uhren und was es nicht alles gibt, Whoop-Bänder, was die Leute da tragen, da sind wir einfach so meilenweit von früher entfernt, wo man sagt, okay, das ist alles so durchgetaktet und so perfektioniert und mit der heißen Nadel zu sagen, an dem und dem Tag, also das heißt, der wird in der Woche vorher noch nicht Höchstform gehabt haben, sondern die letzte Woche, da muss ja daraufhin wird wahrscheinlich der Trainingsplan auf Peak-Performance gedrillt geworden. Und da gab es auch eine Diskussion, Pogacar fährt auch Klassiker und Bingegard konzentriert sich sehr auf die Tour. Ist das richtig oder ist das falsch? Da gehen die Meinungen auch komplett auseinander, aber Fakt ist nun mal so, Pogacar geht auch auf Klassiker, Bingegard nicht. Bingegard ist bei der Tour de France erfolgreicher gewesen, kann man ja immer sagen, ich wusste das oder wie auch immer, kann man im Nachgang immer so und so sehen. Finde ich auch eine interessante Sache. Eine Sache wollte ich noch sagen, das habe ich und ich weiß nicht, ich glaube in einem YouTube-Kommentar oder es kam per E-Mail oder irgendwo hat einer unserer Zuhörer geschrieben gehabt, Tour de France, muss ich mir jetzt 21 Etappen antun, um das Rennen von Wengeegard und Pogacar zu verfolgen, das kann ich mir auch schenken. Und dann dachte ich kurz darüber, da ist auch viel Wahrheit drin, wenn schon vorher klar ist, zwischen den beiden wird es ausgemischt, und was ich aber richtig gut fand und auch hier mitgeben will, dass eben auch durch diese emotionalen einzelnen Etappelsiegen, durch diese Interviews, durch die Stimmungsaufnahme, durch diese Sprint-Sachen, die waren, also ich fand es ja trotzdem eine so abwechslungsreiche Tour und eben nicht nur die beiden und bis hin zu, dass ich mich so, also ich habe mich so gefreut, jetzt habe ich keinen Bruder, aber diese Yates-Brüder dann praktisch zusammen auf Platz drei und vier landen, wo ich dachte, naja, die sind zusammen, die haben ja zusammen eine Etappe gewonnen. Weißt du, die erste Etappe Zwillingsankunft? Wo du denkst, jetzt stell dich mal, also ich habe ja auch Kinder, wenn man sich in die Rolle der Eltern versetzt, Mann, ist das ja krass, das hatten wir ja zuletzt bei den Luxemburgern. Nein, nur, dass sie nicht Zwillingsbrüder waren. Genau. Das sind ja eineige Zwillinge. Das wusste ich nicht, da bist du mir eine Information voraus, aber ist das nicht, also ich stelle mir jetzt gerade diese Genugtuung von der Elternseite vor, Mensch, die beiden auf Platz drei und vier und auch die beiden, als sie dann in dieser Sechsergruppe da waren, wo ganz klar war, das sind jetzt auch wirklich die stärksten Fahrer, also auch vorletzte Etappe, wo man auch sagt, krass, dass die da beide reingefahren sind, auch noch in die Gruppe rangefahren sind. Auch das hat meine Tour de France gemacht. Also das kann man ja nicht einfach wegignorieren, was für eine krasse Sache das ist. Also es gab viele Überraschungen, die mir da... Da schließt sich wieder der Kreis, wo ich vorhin gesagt habe, es gibt zehn bis 15 verschiedene Fahrertypen, die verschiedene Etappen gewinnen können, verschiedene Stärken und Schwächen haben und da kommst du ja erst mal gar nicht so hinter. Wenn du jetzt selten Tour de France guckst oder ein Radsportanfänger bist, vielleicht ein Hörer, der hier das erste Mal Rad fährt, dann guckst du es an und denkst dir, es ist ja immer das Gleiche. So habe ich mal früher Tour de France über gesagt. Was für Idioten. Warum fährt dann nicht mal einer weg? Ja, ja, ja. Fahr mal weg. Aber das ist ja so. Ich habe das Gefühl, es sind fünf bis zehn Wettkämpfe in einem. Wenn du da irgendwann hinter steigst, dann ist auch jede Etappe für sich interessant, aber es ist wahrscheinlich, genauso wie Formel 1 gucken, wo du sagst, so einen Scheiß gucke ich mir nicht an, wie die die ganze Zeit im Kreis fahren und jetzt machen die einen Boxenstopp und sonst wie. Formel 1 habe ich früher mal geguckt, da war ich aber auch in dem Thema drin, wo ich genau wusste, ah, Michael Schumacher da, wenn es regnet und dann holt er da noch mal eine Sekunde und so. Ja, ja. Wenn du in dem Thema nicht drin bist, denkst du, was machen die da? Die fahren da im Kreis, warum überholt er nicht? Ich bin auch so alt. Michael Schumacher im Regen ins Bad. Das war seine Parade. Da das noch Spaß macht, heute keinen Spaß mehr, glaube ich, zu gucken. Ja, heute gucke ich keinen Formel 1. Aber es ist am Ende so, dass es, glaube ich, beim Radsport ist, wenn, je tiefer du drin steckst und je mehr du unseren Podcast und unsere Diskussionen hörst, desto eher macht das auf einmal Sinn und desto eher wird eine Spannung bei einer Etappe erzeugt, wo du sagst, okay, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sie so spannend wird. Wo du bei Ausreißern warst und warum fahren die nicht einfach weg, habe ich mir aufgeschrieben. Die 18. Etappe, wo die Ausreißer raus sind, wenn du dir die Durchschnittsgeschwindigkeit der Ausreißer anguckst, dass die da ständig 50 Sachen auf dem Tacho haben und zwar immer zu viert. Wer draußen mal 50 Sachen auf dem Tacho hat, gerne auch mal zu viert, wenn das denn könnte, einen belgischen Kreisel fahren, also durchwechseln, das geht dann vielleicht mal 20, 30 Minuten ziemlich gut. Und danach ist aber auch der Ofen zu Ende. Ja, aber diese Etappe, die Etappe 18 habe ich hier auch, das ist ja eine gewesen, wo von vorne rein gesagt wird, Jasper Philipsen gewinnt die wieder. Sprintetappe. Heute haben wir Sprintetappe. Wir lassen eine Ausreißergruppe weg und das ist das Spannende an dieser Etappe. Wir lassen eine Ausreißergruppe weg, dann hat sich Jasper Philipsen auch noch so ein bisschen daneben genommen und hat dem einen so ein bisschen den Weg versperrt, damit der Lottofahrer da nicht auch noch hinfährt. Ich weiß gar nicht, welcher von den beiden das war. Das habe ich nicht mitgekriegt, aber... Und das Interessante, und das habe ich dann wieder, weil ich bin dieses Jahr wieder auf den Johann Brunel Podcast gegangen bei The Move. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen zu dem. Das ist ja die Sendung von, eigentlich von Lenz Armstrong, aber da gibt es ja immer diese zweite Folge, wo nur Johann Brunel dieses Rennen analysiert. Hochinteressant. Das ist mir während des Rennens nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ich habe es relativ so nebenbei mit einem halben Bau verfolgt. Ich weiß nicht, ob du es auch ganz gesehen hast oder gar nicht so live mitbekommen hast. Ich habe die Etappe gut verfolgt. Weil Johann Brunel hat ja noch mal gesagt, Jungs, die haben vorne genau gewusst, was sie machen. Die wussten, es ist heute Sprintetappe. Die Jungs vorne wussten, hinten die Sprintermannschaften, es gibt zwei Sprintermannschaften, die können maximal zwei, drei Leute, spannen die vorne ein, um den Abstand auf anderthalb bis zwei Minuten zu halten. Das heißt, sie haben vorne rausgenommen, haben nicht gesagt, wir fahren jetzt auf fünf Minuten weg, sondern haben einfach die Kräfte sich eingeteilt, haben gesagt, vorne, wir fahren genau das Tempo, was diese vier, fünf Jungs hinten fahren. Dann ist es ja irgendwann so, 20, 15, 20 Kilometer vorm Ziel geht das ja los, dass hinten richtig Gaspar Philipsen sagt, hier, jetzt müssen wir die mal langsam einholen. Und ab dem Punkt haben die vorne erst richtig reingelatscht. Das heißt, bis dahin haben sie dosiert, natürlich auch trotzdem schnell gefahren, aber es war eine Rückenwindetappe, was wahrscheinlich diese 50 km auf leider so ein bisschen. Ja, aber wenn du dir in die Gesichter reingeguckt hast, die waren auch schon ganz schön zerfleddert, du meine Herren. Ja, die haben gearbeitet, aber vielleicht auch ein bisschen geschauspielert, so nach dem Motto, also Johann Brunel und sonst wie, er meinte, er hat das wohl, weiß ich gar nicht, ob er sogar eine Quelle zitiert oder da mit irgendjemandem gesprochen hat, der kennt ja immer noch Leute da irgendwie. Der ist ja eine Persona non grata, man kann ja halten von ihm, was er will, aber er hat halt immer, man lernt halt viel, wenn er spricht, sagen wir mal so. Also auch wenn er vielleicht da eine ganz blöde Vergangenheit hat. Aber der meinte, das sei von langer Hand geplant gewesen, zu sagen, wir machen, wir lassen, ich glaube eine Minute waren die nur weg. Wir lassen die in dem, wir lassen die da mal, und je langsamer die vorne fahren, desto langsamer fahren die hinten ja auch. Weil sie wollen ja gar nicht einholen. Wenn sie zu früh einholen, kommt ja der Nächste und haut ab. Und das war hochinteressant und dann war es ja die Retourkutsche an Jasper Philipsen, dass einer aus dieser Gruppe gewinnt. Die haben ja wirklich bis zum Ende. Sechs Sekunden zum, also das ist ja, das kann man, glaube ich, nicht jemandem vermitteln, der nicht Radsport begeistert ist, so wie wir es jetzt sind. Und wenn ihr den Podcast hört, seid ihr das sicherlich ja auch. Aber wie ich mitgefiebert habe, dass einer von denen durchkommt. Und wie sich Viktor Kampenarz, ohne den wäre es nicht gegangen, der ist ja der Zeitfahrer schlechthin, der hat ja auch mal den Stundenweltrekord gemacht vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also der kann was auf dem Rad. Und der hat übrigens auch die gesamtgoldene Nummer gewonnen. Also diese für den aktivsten Fahrer. Finde ich sehr geil. Freue ich mich sehr für ihn, weil sie ja mit Lotto, die haben ja den Sieg nicht eingeholt. Es waren zwei Lotto-Fahrer, er und noch ein anderer. Und es war Jasper Askren, der dann gewonnen hatte. Kasper Askren. Und vielleicht auch Jasper, vielleicht habe ich es auch falsch aufgeschrieben. Nee, Kasper. In dem Fall taucht Dänemark ständig auf. Ja, ja. Also auch nicht nur bei Jonas Winkelgart als Sieger, sondern auch durch die einzelnen Fahrer. Ja, ja. Also ich habe mir das als Punkt. Du kommst gleich wieder zurück. Aber das ist... Das habe ich mir extra montiert. Aber das war wirklich... Und der Askren, der hat ja gewonnen und die anderen sind schon eingeholt gewesen. Und das fand ich, das war so geil. Und dann im Nachhinein dann zu erfahren, ja, die haben einfach dann erst Gas gegeben, als das Feld Gas gegeben hat. Und die, es gab... Man muss vielleicht auch sagen, hatten sie ein bisschen Glück, dass nicht fünf Sprinter-Mannschaften da hinten Interessen hatten. Dadurch, dass dann alle wussten, Jasper Philipsen-Mannschaft muss fahren. Die können nur zwei, drei Leute, hatten vielleicht auch nur noch zwei, drei Leute, die vorne fahren können. Das tut denen ja auch weh. Ja, ja. Und wenn du nur drei Leute vorne hast, die fahren, und vorne fahren vier, dann sind die genauso oder fast genauso schnell, nicht viel langsamer. Und dann haben die das zum... Eine schöne, schöne Etape. Ja, war wirklich geil an dem Tag. Dass die das durchgezogen haben und das aber auch, ja, dass Viktor Kampenath so selbstlos war, zu sagen, na gut, entweder es schafft jetzt mal ein Teamkollege oder einer von uns. Ich glaube, die hatten, alle vier hatten den Spirit, einer von uns gewinnt das Ding jetzt. Wir fahren durch bis zum Ende. Und wenn es die fremde Mannschaft ist, ist es die fremde Mannschaft. Aber wir müssen alles geben. Und hätten die nur eine Sekunde taktiert, wären sie eingeholt gewesen. Ja, sie haben ein ganz kleines bisschen taktiert. Deswegen hatte ich so richtig mitgefiebert, reicht das noch, diese letzten Sekunden? Und ganz oft haben wir ja genau das Gegenteil, dass sie dann auf den letzten Metern eingefangen werden, die Ausreißer. Von daher hatte diese Tour von allem was ziemlich viele Sachen. Ja, jetzt Felix Gall als Österreicher. Krass, auch so ein emotionales Interview. Ja, das Interview habe ich nicht auf dem Schirm. Auch emotional, einfach auch wirklich gut. Ja. Also das kann man ja alles googeln. Und bei Luka. Kijatkowski, der den einen Tag weggefahren hat. Carlos Rodriguez, Jasper Bilbao. Also alles, auch große Namen, die unterwegs waren, die tolle Etappen gewonnen haben. Dann jetzt Jody Mois am Champs-Élysées. Also irgendwie bin ich ja auch ein Bora-Fan als Deutscher, in Anführungsstrichen, als deutsche Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Mannschaft ist. Mit Ralf Denk dahinter und so. Von dem habe ich auch Interviews gelesen. Das ist ja auch ein tolles Ding. Aber das war auch wieder ein Sieg durch die letzte maximale Streckung. Wir könnten das ja gar nicht, Ingo und Dan. Also da würden wir ja stürzen, wenn wir uns so über den Sattel beugen und die Arme strecken. Aber alle dachten Jasper Philips und dann machen die das. Aber wenn du dir die Fotos angeguckt hast mit komplett durchgestreckt oder nicht durchgestreckt, das macht den Unterschied. Krass, ne? Der hatte wohl auch einen guten Anfahrer. Ich weiß gar nicht, wer für ihn angefahren ist. Ja, sehr, sehr schön. Und das war ja die Geschichte in diesem Bora-Sieg ist ja auch wieder, dass sie Sam Bennett, heißt er, glaube ich, nicht mitgenommen haben. Wo alle diskutiert haben, ja, wie könnte er denn den Mois, oder wie er heißt, mitnehmen und nicht den Sam Bennett, der eigentliche Sprinter von Bora Hansgrohe. Wo man dann, wenn man dann wieder so ein bisschen die Netflix-Doku im Hinterkopf hat, wo man sagt, was für eine erfolgreiche Tour für Bora. Jay Hindley gewinnt, landet, glaube ich, dann zwar nicht mehr in den Top 3, aber dann haben sie zwei Etappensiege, die beide nicht hundertprozentig gesetzt waren. Bora war auch für einen Gesamtsieg. Wie gesagt, vorne, die Plätze sind vergeben. Da hat übrigens Johann Bruniel auch in einem Podcast gesagt, da wurde er gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Evendipol, wenn der kommt? Spielt der da vorne mit? Da meinte er, ja, kannst du vergessen, der braucht erst mal ein, zwei Touren. Giro zu gewinnen oder eine Vuelta, wo halt auch mal drei Bummel-Etappen drin sind und wo einfach die Gegner auch nicht so stark sind, ist eine ganz andere Liga. Er meinte, es ist eine ganz andere Liga, auch bei der Tour de France, drei Wochen auf höchstem Niveau vorne mitfahren zu können. Er meinte, Evendipol hat das vielleicht das Potenzial und man darf das nicht überschätzen, wenn Leute kommen. Das hat man übrigens auch bei Carapaz und sowas gesehen, die dann mal Giro gewonnen haben und dann zur Tour gekommen sind und da dann trotzdem nicht gewinnen konnten. Zwar vorne mitfahren können, aber kannst da nicht mitfahren. Das ist halt noch mal eine andere Liga, wenn du dich nur auf die Tour konzentrierst. Aber wir sind hier ganz schön durcheinander. Aber ich streiche, das macht mir gar nichts, ich streiche immer diese Sachen, die ich mir schon rausnotiert habe. Ausreißergruppe habe ich, was ist los im Staate Dänemark habe ich hier. Hatten wir einen deutschen Etappensieger leider nicht meines Wissens. Georg Zimmermann war einmal nur Zweiter. Ich weiß gar nicht, welche Etappe. Der ist einmal Zweiter geworden. Die Podcast-Geschichte, wie gesagt, das ist jetzt zu spät für euch, das zu picken, aber der Johann Brunel-Podcast war wieder mega und dann habe ich ein, zwei Mal, also den gab es dann auch als Video, deshalb habe ich überhaupt mein Gesicht dazu gehabt. Ich habe denen gar kein Gesicht zu Johann Brunel gehabt. Du bist ja süß. Das ist ja bei Podcasts manchmal so. Wir sind jetzt hier gewohnt, bei YouTube immer unseren Podcast zu machen, die Leute sehen vielleicht uns auch. Sag ihnen das nicht, die Leute, die uns nur hören, die jetzt dann praktisch mal uns einschalten, um es zu sehen, die schalten dann wieder ab. Das ist tatsächlich ganz, ganz schlimm. Du hast jemanden als Stimme lieb gewonnen. Hörst einen Podcast seit Jahren und dann siehst du auf einmal den in echt im Video und denkst, ach du Scheiße, ich verstecke mich jetzt. Was ist denn das für einer? Dem glaube ich gar nicht. Also es ist ja so, bei Johann, ich sehe so aus, bei, 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 bei Johann Brunel ist es so, da wusste ich jetzt gar nicht, was auf mich zukommt und es war auch nicht sehr überraschend, als ich ihn das erst mal gesehen habe, aber das ist ja wie bei einem Hörbuch oder bei einem Roman. Du hast ein Bild vor Augen. Wie Kurt Wallander aussieht. Wie sieht der aus, der jetzt da gerade spricht? Ist das ein Dicker? Ist das ein Dünner? Ist das ein Mächtiger? Hat der einen Charisma? Hat der keinen Charisma? Was auch immer. Ist das ein Weicher? Ist das ein harter Typ? Oder was auch immer. Also es geht ja nicht um schön oder nicht schön sein. Das kennen wir ja alle Leute, die Buchverfilmungen enttäuschen. Also fand ich super spannend, Johann Brunel, das erste Mal zu sehen und nach zweimal angucken, hatte ich dann auch, während er gesprochen hat, hatte ich dann auch sein Bild im Kopf und nicht mehr das, was ich von ihm vorher als Person im Kopf hatte. Also super spannend. Jetzt aber dieser Lance Armstrong-Bashing, das muss man ja weitermachen. Das haben wir ja schon hier auch in den letzten Jahren immer gesagt, dieser The Move-Podcast mit Lance Armstrong selber, der geht ja gar nicht mehr. Ich höre den nicht mehr. Es ist unglaublich. Ich höre mich vor Brechreiz schon. Lance Armstrong, du hast es richtig. Der sagt, da ist immer am Anfang, da ist am Anfang, gibt es doch immer so einen Franzosen, der nochmal auf echten Französisch sagt, wie die Etappe heißt, von Labourant nach so und so, weil ja die Engländer oder Amerikaner das nicht richtig aussprechen können, wir Deutsche sicherlich auch nicht. Wir auch nicht, genau. Aber dann sagt er ja dieser fucking French oder irgendwas, so nennt er den einfach. Eine Sprache. Aber das ist zu unterirdisch und dabei können wir es auch belassen. Ich kann, dieses Niveau kann ich wirklich nicht mitgehen. Es tut mir wirklich leid und das arrogant klingt, aber das geht einfach nicht. Jetzt machen wir auch einen Podcast hier und machen auch Werbung. Zwei Minuten ungefähr, vielleicht mal zweieinhalb, wenn sie lange dauert, gerechnet auf zweieinhalb Stunden. Was haben wir heute? Eine Stunde 45 Podcast. Vielleicht werden es zwei Stunden. Lenz Armstrong Podcast, jede Folge ungefähr 30 bis 40 Minuten lang. Okay. Habe ich durchgestoppt, zehn Minuten Werbung. Naja, da ist halt ein anderes Verhältnis zwischen Werbung. Ist wahrscheinlich für den amerikanischen Zuhörer, der das aus dem Fernsehen gewohnt ist, okay, aber finde ich schon krass. Und dann so wenig vorbereitet, dass der da sitzt, also ich habe tatsächlich ein, zwei Folgen, dann sitzt der da und sagt, er redet davon, ja, ich habe zehn Minuten vorm Ende eingeschaltet, weil ich vorher Golf geguckt habe, weil gerade die Oben sind. Ja, das macht es ja auch sehr unsympathisch. Und das, wo ich sage, also wir sind ja schon, wir sind ja schon wenig recherchiert, aber das geht doch nicht, wenn ich einen Tour de France Podcast mache, dann muss ich doch die Etappe vom A bis Z geguckt haben, damit ich drüber reden kann. Ich, genau. Oder ich sage, Und wenn ich dann noch mit drei, vier Werbepartnern richtig Geld damit verdiene und die verdienen sicherlich was anderes als wir verdienen, wenn wir mal einen Spot hier schalten. Also, krass, krass fand ich das. Mr. LL kriegt von mir jetzt keine weitere Aufmerksamkeit. Aber Johann Brunel, den feiern wir ab. Leider im gleichen Podcast-Feed. Man kann, man hat immer beide in dieser blöden App drin. Und ich möchte dir beipflichten, schleimscheißenderweise, er hat nun eine sumpfige, dopige Vergangenheit, brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist unter aller Kanone. Aber eins spreche ich ihm auch zu, er hat wirklich was auf dem Kasten, was Know-how angeht. Ja, ja. Also, genau. Und er hat Kontakte. Er spricht dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das macht es interessant. Ich habe es dieses Jahr wirklich nicht gehört. Lohnt sich auch nicht nachzuhören, das muss man live. An dem Abend habe ich mich um 23 Uhr gefreut, zum Einschlafen Johann Brunel zu hören. Darf ich dir von meiner Liste noch zumindest diese Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wann du die abarbeiten willst, mal sagen, weil wir ja nicht vorher reden können oder haben wir deine Liste noch nicht abgearbeitet? Ich habe einen Punkt noch zum Thema Patron, damit wir das Thema nochmal absprechen können, warum die Tour schneller ist heute sonst wie. Ja, bitte. Die TV-Coverage ist den ganzen Tag. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Programm. Das heißt, das war früher nicht so. Früher wurde irgendwann bei einer Sprintetappe wurde um 15 Uhr eingeschaltet. Und da wurden die ersten zwei Stunden schon mal rumgebummelt. Aus dem Nähkästchen, auch Johann Brunel, das passt so ein bisschen deswegen, bevor ich das nachher vergesse, weil ich es eigentlich ganz witzig finde. Da hat Johann Brunel aus dem Nähkästchen gesprochen, auch von früher. dann, wenn das Hubschraubergeräusch da war, dann wurde losgefahren. Weil du dann weißt, da ist die Kamera. Jetzt ist die Kamera da. Das ist nochmal ganz interessant, was die Tour schneller macht heute, weil der Hubschrauber den ganzen Tag fliegt. Und aus dem Nähkästchen gesprochen, denn im Zelt in Dänemark, ich habe nichts live gesehen, habe aber ganz oft vier Stunden außer Konserve ohne Vorinformationen, als wenn ich live wäre. Ja, ist ja egal wann. Genau. Das ist ja das Schöne heutzutage. Genau, und das ist natürlich auch ein Segen an die Technik. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe manchmal um eins angeschaltet, habe den ersten Teil, weil tatsächlich ist ja mittlerweile, und das gehört wieder mit dazu, am Anfang, nach dem Start, geht es ja wirklich um die Wurscht. Da sind die teilweise zwei Stunden gefahren, bis sich das fällt. Bis sich da so eine Gruppe gebildet hat. Das ist ja spannender, als wenn du dann irgendwann die letzte Stunde guckst. Können wir uns abklatschen. Und das geht jetzt einher damit, da passiert halt auch den ganzen Tag was, weil den ganzen Tag die Kamera drauf ist. Und das macht die Tour auch schneller. Das ist so das letzte Argument, um nochmal, weil wir da vorhin beim Thema waren, ansonsten gerne jetzt mal einen von deinen Stichpunkten abarbeiten. Ich sage es dir alle auf einmal. Nee, einen und dann sprechen wir drüber. Was ist los im Staate Dänemark? Warum gewinnen jetzt so viele Dänen? Nein, 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 dann hast du mich missverstanden, was ich damit sagen wollte. Ich wollte das tatsächlich super positiv sagen. Und null, also jetzt, ich sage das vom Herzen her, mit 0,0 Unterton. Ich habe jetzt ja auch in Dänemark Urlaub gemacht. Und Leute wissen das, dass ich das abfeiere, dass ich dieses Landteil so mag. Und die Kultur überhaupt alles so mag. Auch eine Fahrradkultur haben die. Genau. Und erinnert euch positiverweise wirklich, letztes Jahr, als die Tour de France in Kopenhagen gestartet hat, die ersten Etappen in Dänemark, was da los war. Klar war das jetzt im Baskenland auch so, dass die Spanier da auch gezeigt haben, wie begeistert sie. Aber Spanien ja auch ein super starkes Radfahrerland. Aber dass Dänemark Kopf steht so, dass die so richtig dabei sind. Also du meinst es jetzt aus Zuschauersicht. Genau. Wie war das? Hast du das mitbekommen auf dem Platz? Ja, ja. Aber ich meinte jetzt noch eine andere Sache. Und das wäre jetzt völlig entglitten, weil du das so angesprochen hast in eine falsche Deutungsweise. Das ist mir gar nicht recht. So meinte ich das gar nicht. Ich bin tief beeindruckt. Umgekehrt. Von diesem kleinen Land Dänemark, wie begeistert die sind im Radsport, wie viele gute Fahrer sie haben. Und das meinte ich jetzt nicht, dass sie sich das durch falsche Sachen erworben haben. Aber guck, wie viele starke dänische Fahrer verteilt sind auf die unterschiedlichen Teams. Also es gibt ja nicht das dänische Radfahrteam, sondern die sind ja alle verteilt auf die Teams. Es gibt den Gesamtsieger aus Dänemark, aber es gibt halt unheimlich viele Etappensieger. Es gibt starke Sprinter. Weiß man denn, woran das liegt? Und das wollte ich dir sagen, das ist meine Frage. Aber du hast die in die, in die, in Anführungsstrichen, falsche Ecke geschoben, wo ich sie nicht wollte. Aber was ist los, dass wir in Deutschland, wir haben ja viel mehr Einwohner, wo man sagt, krass. Also das ist tatsächlich so, dass ich da immer, ich finde das auch hochsympathisch und ich mag auch Dänemark, ich bin auch Wiengegart-Fan und Kopenhagen-Fan und auch dieses letztes Jahr diese Stimmung und so weiter. Trotzdem gucke ich immer, auch in anderen Sportarten und sonst wie, wo, warum ist jetzt auf einmal ein Land steht über allen. Und das war mit Team Sky, war es eine Zeit lang die Briten. Dann gab es auf einmal im Triathlon diese Bewegung mit den Norwegern und auch in der Leichtathletik. Und jetzt sind es auf einmal die Dänen. Also was passiert in diesen verschiedenen Ländern? Und wir als Deutschland waren ja auch mal dabei im Stadtsport. Ja, aber dann nehmen wir das anders, damit du das verstehst, in welche Liga ich das stecken wollte. Das ist zumindest auch ein Thema, das ich interessant finde. Warum ist Rugby in Neuseeland, was ist faul am Start Neuseeland, dass die in Rugby so eine, oder segeln? Warum ist das da so? Ja, das ist da Sport Nummer eins. Oder warum ist Cricket hier nicht beheimatet? Ja, und wie kommt das jetzt, dass in Dänemark Radsport so durch die Decke geht? Handball ist ja auch sehr, also Dänemark ist ja auch immer sehr stark im Handball. Und Frankreich ist auch stark im Handball. Also ich meinte das jetzt ja nur so sehr auffällig. Ja, ja, aber ich sehe es mit Norwegen genauso. Im Triathlon-Bereich und Leichtathletik-Bereich. Ich sehe Dänemark, also ich sehe zum Beispiel Länder wie Frankreich und Deutschland, die im Radsport auf einmal keine Fahrer hervorbringen. Und eigentlich wollte ich das vielleicht so durch die Blume so sagen, Mensch, wir haben doch 80 Millionen in die Wachscheine zu werfen. Wir haben in Deutschland ein Riesen-Nachwuchsproblem, weil der Radsport einfach in der Jugend nicht gemacht wird, weil er vielleicht zu gefährlich ist, weil er nicht gefördert wird, weil keiner Bock drauf hat, weil man natürlich auch kein Geld damit verdient, in Anführungsstrichen. Aber hat dann Dänemark jetzt die nochmal mehr Welle bekommen, weil jetzt auch viele Erfolge eingefahren sind, dass die an Internationalität gewinnen? Ja, aber die Welle müsste jetzt ja erst kommen, weil die Erfolge jetzt ja erst da sind. Ja, deswegen habe ich jetzt mal geschrieben, was ist los in Dänemark, habe ich mir als Frage aufgeschrieben. Was ich spannend finde, ob da irgendwas dahinter steckt, ob da irgendwo, und das muss nicht Doping sein, das kann auch Wissenschaft, Ärzte, Wissenschaft sein, irgendwelche Studien sein, irgendwelche Trainingsmethoden. Und das ist ja das, die Norweger haben ja das Training revolutioniert. Da ist ja eine Triathlon-Bewegung, vor drei, vier Jahren ging das ja los, dass auf einmal die Norweger vorne waren. Ich nenne die jetzt mal die Norweger. Und die jetzt ja auch alles gewonnen haben und wo jetzt ja auch geile Videos bei YouTube, wie die trainieren, die trainieren natürlich auch hartes Training und sonst wie, und die auch so ein bisschen das Training revolutioniert haben. Also die Techniken werden jetzt ja auch bei anderen Sportlern angewandt, hier in anderen Ländern. Und im Triathlon sind wir ja noch stark als Deutschland, mit deutschen Athleten. Und das finde ich hochinteressant, ob das da vielleicht auch eine Bewegung gibt, wo einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit, ja vielleicht die richtigen Mentoren, die die Jugend auch trainiert und so weiter. Vielleicht ist es auch reiner Zufall. Übrigens auch das Pocaccia-Thema. Da ist ja dieser eine Trainer von ihm weggegangen, aus dem Team vor zwei Jahren. Den Namen habe ich leider nicht mehr im Kopf, aber das wurde auch diskutiert von wo gesagt wurde, ja seitdem der weg ist, trainiert er nicht mehr richtig. Und wo dann wieder Lenz Armstrong auch gefragt wurde, ja was wäre denn ohne Brunel gewesen? Wäre das bei dir auch alles glatt gelaufen oder nicht? Vielleicht sind es auch die richtigen Mentoren. Jetzt im Brunel-Fall leider natürlich mit Dopingmist. Aber in der heutigen Zeit, wo man sagt, naja, wenn man den richtigen Trainer hat und vielleicht auch einen Verband dahinter hat, der da richtig hinter steht und vielleicht auch den richtigen Verbandsvorsitzenden, der sagt, hier, Radsport mache ich jetzt groß hier in Deutschland. Wenn da einer wirklich mal die Schaufel in die Hand nimmt und sagt, wir bauen den Radsport mal auf, vielleicht funktioniert das dann wieder. Weil die Arbeit muss ja vor ein paar Jahren getan sein worden. Genauso wie in Norwegen. Und wie gesagt, eine Zeit lang waren es die Briten. Und wer weiß, Team Sky war ja einer der Vorreiter für diese Marginal Gains und so weiter. Ich glaube, in England war auch der unheimliche, aber nicht nur Radsport, auch Leichtathletik etc. waren die Olympischen Spiele in London. Da wurde in England alles mobilisiert für. Da hat man wirklich gemerkt, da ging ein Ruck durchs Land, um für die Olympischen Spiele fit zu werden. Was ich mir noch vorstellen kann bei den Dänen auch, dass da eine Mentalität, da wurde auch gesagt, Mensch, der Wiengegart. Der sagt dann, ja, mal gucken, ob das überhaupt läuft. Und so ein bisschen immer so pessimistisch in die Kamera gesprochen und ob das so eine Strategie von ihm sei, von dem Wegen sich ein bisschen runterspielen. Ja, dann wurde gesagt, na, der kommt aus einer Gegend, da ist man so. Da ist man halt einfach so ein bisschen pessimistisch und sagt, na gut, mal gucken, ob das jetzt läuft oder nicht. Also das ist nicht intentional bei dem. Und wer weiß, vielleicht haben die da so ein, einfach auch so ein Gemüt und so ein Charakter zu sagen, ich bin diszipliniert, ich mache das jetzt. Talent wird er haben. Ich glaube, er hat auch jede Menge Talent mit abgekriegt, sonst würde das auch nicht funktionieren. Naja, das ist ja geil. Aber du hast schon recht von der Stimmung. Also es war halt, ich meinte das super positiv, haben wir jetzt ja rausgestellt. Ich habe hier eine ganz lustige Frage, die ist, finde ich, für mich lustig. Einfach nur, weil wir vorhin Lidl hatten, Lidl-Track. Genau. Jetzt haben wir ja, Carrefour ist immer schon jahrelang gesponsor, also Supermarkt in Frankreich. Und Lidl haben wir, wir haben Jumbo, also hier in Niederländen, auch niederländisch. Und ich hatte einfach nochmal geschrieben, haben wir dann auch mal Aldi und Rewe und Edeka auch als Supermarkt. Der Witz ist ja, dass es Lidl überhaupt macht. Ja, es war ja auch schon bei Quickstep, waren sie ja auch schon. Sie waren aber mal klein auf dem Trikot und sind jetzt meines Wissens Hauptsponsor. Ja, aber ich finde das ja interessant. Also war, also dass sie diese Plattform wählen. Vor allem eine Marke wie Lidl, die ja auch immer noch diesen Billigtouch hat, wo man jetzt Discounter, sagen wir mal so, zu Rewe hätte es mehr gepasst, wo man sagt, ich mache ein bisschen auf Shiny. Aber bei Jumbo ist das genauso. Ist Jumbo auch ein Discounter? Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, Carrefour ist vielleicht eher so der Vergleich zu Rewe, Edeka. Unabhängig davon ist mir das nur auch aufgefallen, wo ich denke, okay, sind Supermarktketten jetzt und betteln die sich jetzt in der... Aber erinnerst du dich noch an unsere Jugend, wo es einem vielleicht peinlich war, mit einer Aldi-Tüte rumzulaufen und heute ist das gar kein Problem mehr? Naja, also weiß ich nicht, ob mir das jemals peinlich war, eine Billig-Supermarkt-Tüte in der Hand zu haben. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, zumindest nicht, dass es bei mir so persönlich so war, aber ich habe das schon mitbekommen, dass Leute, das ging irgendwann los, als es dann Champagner bei Aldi ging, wo man dann sagte, ach man darf da mal einkaufen, ohne sich zu schämen, in Anführungsstrichen. Also so ein bisschen so dieses Statusgehabe, was ja heute vielleicht auch weniger wird. Aber früher war das so, so ein bisschen und jetzt wird mit dem Lidl-Trikot durch die Gegend gefahren. Und ist ja en vogue, finde ich geil, hätte ich jetzt vielleicht gesagt. Also es ja, bedeutet ja auch, dass das, ja, weiß ich nicht. Ja, ein persönlicher Fahrer, den habe ich hier als Punkt, der ist mir nur aufgefallen, deswegen habe ich das als kleinen Marker, das wollte ich jetzt nur mal sagen, dass mir auffällt, dass Supermarkt und Tour de France immer mehr zusammenwächst. Aber die durften irgendwie, die haben irgendwelche Obststände gemacht und Obst verteilt und das durften sie dann irgendwann nicht mehr, weil ja, einer der Hauptsponsoren des gesamten Rennens ist Carrefour auch. Ist Carrefour, glaube ich. Deswegen durfte Lidl kein Obst an Leute verteilen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja doch, das ist auch eine Geschichte, durften sie nicht. Okay, okay, gut. Eine tragische Sache und jetzt stehe ich da 50-50 zu, weil ich bin kein großer Fan von Mark Cavendish, überhaupt gar nicht. Das ist nicht mein Sportler, aber es war ja in aller Munde, dass er diesen Rekord dann, den er mit Eddie Merckx hält, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wer hat wie viele Etappensiege? 34 sind es, ne? Er hätte den 35. Er hätte den 35. machen können. Dass ich ja, obwohl ich Mark Cavendish nicht mag, es super traurig fand, wie er abgestiegen, also wie er ausgeschieden ist mit dem Schlüsselbeinbruch und so. So weit geht es dann nicht, der Dislike, wo ich sage, ach, das hat mir auch wirklich leid getan, dass er praktisch so von der letzten Tour gehen muss mit dem Sturz und dem gebrochenen Schlüsselbein dann. Ja, aber das war, er hätte ja glaube ich nur noch in Paris eine Chance gehabt, glaube ich. Trotzdem. Die hätte ich ihm auch gerne gegeben. Hätte er dann mit Würde verloren oder eben gewonnen? Mhm. Und interessanterweise ist es ja so, dass weiß ich gar nicht, woher wir, wahrscheinlich ist das jetzt nicht das dänische Ding, sondern nicht diese dänische Frohnatur, sondern dieses Deutsche, immer ein bisschen skeptisch sein, ich mag den nicht und finde den unsympathisch. Bei Lance Armstrong, glaube ich, zu Recht. Also. Bei Cavendish habe ich jetzt irgendwo in so einem Seitenkommentar und ich weiß nicht, wo ich die Quelle her habe, aber da hat auch einer gesagt, ah, Cavendish, das war ja eigentlich, kann sogar sein, dass es hier von Eurosport einer der Moderatoren war oder einer der Sidespeaker, wo die gesagt haben, ja, den Cavendish, das fand ich ja eigentlich immer ein bisschen unsympathisch und dann habe ich ihn mal kennengelernt. Diesen Spruch habe ich jetzt irgendwo mal gehört, wo ich gesagt habe, und das ist ja so ähnlich wie mit Pocaccia, wir haben so ein Bild, oh, hoffentlich gewinnt er nicht wieder, dabei ist das so eine Frohnatur, und vielleicht ist bei Cavendish, vielleicht tun wir dem auch Unrecht, dass er vielleicht doch eigentlich ganz in Ordnung ist, weil der soll familienmäßig super drauf sein, hat glaube ich vier Kinder oder was nicht alles, ist totaler Familienmensch, total lieber Kerl. Und hat auch viel mit Depressionen zu tun gehabt und so. Wer weiß, ob der gar nicht, der ist natürlich immer der coole Sprinter mit einer coolen Sonnenbrille und ich bin der coole Macker im Fernsehen, aber wer weiß, wie der privat ist. Vielleicht muss man auch der coole Sprinter sein, der die Sprüche rauskloppt und sagt, ich muss so sein als Sprinter, das wird von mir erwartet oder irgendwie. Ja, oder er muss, nicht, muss, und das, vielleicht ist der gar nicht, also vielleicht müssen wir den mal hier zur Podcast einladen und gucken, ob der sympathisch ist oder nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war halt auch viel Diskussionenbedarf und er hätte ja auch fast eine Etappe gewonnen und fand ich wirklich traurig, weil ich ihm gerne eine komplett gefinishte Tour de France zum Schluss gegönnen hätte. Genau, einfach die letzte Tour, weil ich bin mir nicht sicher, ob er nochmals an den Start gehen darf. Genau, dann habe ich noch eine letzte Sache hier, die wir nicht ergründen können, aber die mich persönlich natürlich brennend interessiert, weil wir haben ja immer diese, wir sind ja hier diese Reifen-Talkies, wir haben ja viel über Schlauchreifen mal schon geredet und wie wir beide früher nichts anderes fahren wollten, wenn es schnell den Berg runter geht, als geklebte Schlauchreifen, bla bla bla. Viele Leute, die uns den Podcast länger verfolgen, unseren YouTube-Kanal mitverfolgt haben, dass wir viele Sachen getestet haben. Wie macht man was auf Tubeless? Wie baut man das um? Finden wir das jetzt gut oder finden wir das doof? Wie ist das bei Paris-Roubaix mit Tubeless zu fahren? Da gab es dann auch so Sachen, über Inserts zu sprechen und so. Ist mir eine Sache aufgefallen, weil ich nämlich nicht live mitverfolgen konnte, welches Team fährt jetzt noch Schlauchreifen, welches Team fährt Tubeless. Also diese beiden Sachen stehen ja nur zur Diskussion. Das weiß ich gar nicht. Eben nicht. Pass auf. Ja, aber ich lasse es jetzt erstmal. Ich weiß das nicht. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen und das war der Sturz von Sepp Kuss, der, ich glaube, Ineos Rodriguez hat dafür gesorgt, dass Sepp Kuss gestürzt ist. Wir haben beide geblutet. Und auch wirklich, wirklich auch schade auch für Sepp Kuss, weil er dann auch aus den Top Ten rausgefallen ist. Unabhängig davon war die Meldung, die ich hatte und ich weiß aber mehr darüber nicht. Ich habe nur im englischen Kommentar gehört, Reifenplatzer. Und bei Reifenplatzer würde mich schon interessieren, was es für ein Reifenplatzer war, weil der Reifenplatzer bei Schlauchreifen, den gibt es eigentlich so nicht. Und jetzt weiß ich, dass Ineos ja Tubeless fährt. Und mehr weiß ich darüber nicht, aber da müssen wir nochmal nachrecherchieren, weil das ist ja in der Sache, wo ich dann schon sage, ah, das ist ja genau das, wo wir schon seit 100.000 Jahren unsere Kopfspirale… Na gut, aber wir reden jetzt über 4.000 Kilometer Tour mal 150 Fahrer. Trotzdem, das sind die, der eine Sturz reicht, ja, der schlimm ist. Also, was ich gehört habe, ist, dass gar nicht so viel Tubeless gefahren wurde, sondern dass die meisten mit E-Rothan fahren. Ach, mit Plastikfleucht. Genau, weil es das leichteste System ist. Aber das kann ich jetzt nicht verifizieren. Also, ich kann davon gar nichts verifizieren. Und da kann ja, alle, die Insights haben, können sich ja vielleicht mal melden und sagen, Mensch, vielleicht weiß ja einer von euch, was die fahren. Aber ich meine, ich versuche das auch nochmal rauszufinden, vielleicht auf den Technikseiten, auf den Einschlägen, weil ich meine, gehört zu haben, dass viele mit Schlauch gefahren sein sollen. Weil es das leichteste System wohl auch ist. Das bleibt dann für den nächsten Podcast deine Rechercheaufgabe. Was ich krass finde. Ja, also. Weil Tubeless, weiß ich nicht. Und war auch jetzt in den. Und wird auch in den, wird auch in den Berichterstattungen. Wurde gar nicht besprochen. Gar nicht besprochen. Hat keiner drüber geredet. Und brennt, also ist ein Thema, was mich brennend interessiert. Ja, da habe ich es glaube ich gehört mit den Aerotanschläuchen. Ah ja. Also interessiert mich privat ziemlich. Mich auch. Und das ist ja auch der Technik-Talk, den wir hier haben. Was wird jetzt gefahren? Wer ist was gefahren? Das würde mich noch sehr interessieren. Deswegen habe ich das mal noch als letzten Punkt auf meiner Liste gehabt. Ich habe noch einen Punkt. Hau ihn raus. Und zwar trinken alle Sportler Tart-Cherry-Juice am Ende. Das ist wohl das New Big Thing. Also dass 60% der Leute irgendwie Ketone, komische Ketonkram zu sich nehmen, das ist wohl so ein Ernährungsding. Dann gab es ja früher mal dieses Rote-Bete-Saft-Ding. Weiß ich nicht, ob das heute noch gemacht wird. Jetzt ist es Tart-Cherry. Tart-Cherry habe ich gegoogelt. Ist einfach Sauerkirsche. Also Sauerkirschensaft soll wohl, wenn du, also nach einer ultra harten Anstrengung und habe ich Wingegart auch gesehen. Der ist ins Ziel gekommen und hat so ein rotes Getränk gekriegt. War auch Thema im Brünel-Podcast, weil da irgendein irgendeiner, weil er selber nicht wusste. Er wusste selber nicht, was trinken die denn da Rotes? Ach. Der Sauerkirschsaft. dann habe ich Tart-Cherry, wusste ich nicht, dass Tart-Cherry Sauerkirsche ist. Das wüsste ich auch nicht. Nee. Dann habe ich das gegoogelt und dann kommen aber schon die Präparate. Wenn du dann googelst, dann kommt ein Pulver. Ach. Und sonst wie als Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt weiß ich nicht, ob, wenn man Sauerkirschen isst, ob es den gleichen Effekt hat. Aber probiert das mal aus und erzählt uns, ob das funktioniert. Wahrscheinlich kriegt man Durchfall. Holger, wir treffen uns demnächst ja in Calgary. Bitte besorg, noch ganz wichtig für unsere 4.500-Kilometer-Tour. 20 Liter. Bitte besorgen. Sauerkirschsaft. Sauerkirschsaft ist der neue rote Wiener. Du krebst aber auch immer Sachen raus. Oder geht der Gurkenwasser? Das muss ich ja sagen, das sind so Sachen, die schreibe ich mir dann nachts auf, wenn ich diesen Johann-Brenn-Podcast, dann mache ich die Notizen-App auf und sage, da muss ich im Podcast drüber sprechen. Weil der, da kommen, und deswegen lohnt es sich vielleicht sogar dem Podcast nachzuhören. Da kommen immer mal wieder so Sachen, wo er sagt, ja, ich habe da irgendwie mit einer SMS und der geht zu dem Team und so weiter. Der weiß ja immer irgendwie Sachen auch und der hat so einen messerscharfen Verstand, was Fahrradtaktik angeht. Das ist so krass. Und das verdient er dann auch und deswegen Und guckt euch den bei YouTube an. Den anderen Personan und Grater bächen wir nicht mehr. Finden wir ein bisschen komisch. Verstehe auch der George Hinköp verstehe ich auch immer nicht. Der ist super sympathisch. Der ist super sympathisch. George Hinköp ist auch so. Dass der daneben sitzen kann. Wenn der da die ganze Zeit rumpöbelt. Nur Larry Fahri redet und nicht ein bisschen, also da kommt ja auch keine Substanz. Lass gut sein, lass gut sein. Der findet uns auch doof. Ja, ja. Mal gucken. Das macht mir aber gar nichts. Ich glaube, der hat unseren Podcast noch nicht gehört. Dieser Podcast findet seinen Weg in den ETA am Freitag. Weiß ich gar nicht. Vielleicht lade ich ihn vorher hoch. Ach. Naja, den jetzt noch drei Tage rund zu lassen, weiß ich auch nicht. Du machst, was du willst? Also, mein Pick noch. Hast du doch schon gesagt. Maut. Nee, die Maut war ja Zusatzpick. Ach. Du hast kein Pick sonst. Das ist aber ernsthaft gemeint. Das ist ein Wiederholungspick, der ist auch wirklich verdient. Das war wirklich, und sonst hätte ich das am Anfang eben nicht so viel Aufmerksamkeit gewesen, das ist ein Wiederholungspick. Das setze ich durch, weil ich selber nicht gedacht hätte, wie gut das funktioniert, sich wirklich im Urlaub hinzusetzen und belächelt das nicht. dieses Teilhunting, mal Strecken zu erobern, wo er sagt, muss ich machen. Weil ihr entdeckt, und das könnt ihr natürlich auch. Nur deswegen machst du auch du, tu die weiter, damit du einmal so ein Teil durch Amerika hast. Das ist natürlich schön, aber ich finde es auch ganz gut, haben wir ja auch oft genug an unserem eigenen Standort, wo man wohnt, wo man sagt, krass, wie oft haben wir darüber geredet, dass man, wo man wohnt, neue Sachen entdeckt, wo man denkt, das kann ja nicht sein. Und umso mehr gilt es natürlich für euren Urlaubsrat. Und umso mehr gilt es für euren Urlaubsrat. Die Teils sind ja, naja, was sind das, 1,8 Kilometer waren es, glaube ich. Das ist ja nicht, es geht in dem Sinne, geht es gar nicht um das Teilhunting. Es geht darum, dass du gezwungen wirst, hinzufahren, wo du nicht warst. Wo du noch nicht warst. Der Witz ist aber, dass selbst das ja ein relativ grobes Raspel da ist und du theoretisch ja noch vielleicht da um die Ecke nicht gefahren bist, weil du in dem Teil warst. Aber wir sind jetzt gewandert, wir haben das ja nur wandertechnisch erobert. Genau, ich habe auch Podcasts gehört und das ist vielleicht für euch auch ganz schön. Das ist ein englischer Podcast. Der nennt sich The Diary of a CEO mit Stephen Ballett. Der hat, wir hatten einen reinen Gast-Podcast, immer so anderthalb, zwei Stunden hat der Gäste da. Und zu jedem Thema irgendwie was, also mich hat das Thema Gesundheit jetzt hier zum Teil oder Sport auch interessiert mich immer. der hat aber auch mal, Rich Roll war da, den man jetzt kennt, hat viele bekannte Leute, hat auch mal, mal Harvard University, ich habe jetzt hier einen Chair of Department of Human Evolutionary Biology at Harvard University. Also das ist ein Podcast, wo ich mir mal drei Folgen rausgesucht habe, die ich ganz interessant finde, weil ich da so, manchmal auch so Zitate einfach im Kopf hinbleiben. Also da gibt es zum Beispiel einen, der dann, da geht es darum, 10.000 Steps a Day ist a lie, so nach dem Motto ist eine Lüge, dass man 10.000 Steps am Tag machen soll und geht auch über Gesundheit. Wie bleibt man gesund? Dass man sich bewegt? Wie kriegt man es hin, sich zu bewegen? Zucker ist manchmal auch so ein Thema, dass das ja relativ schädlich ist und so weiter. Da ist zum Beispiel ein Zitat, was ich im Kopf behalten habe, Exercising is not that rewarding until you get fit. Und übersetzt heißt das so, ja, Sport machen ist erst, ist, ist, ist nicht sehr, sehr belohnend, ist nicht sehr erfüllend, bis du denn fit bist. Und das sind so Sätze, die im Kopf bleiben, wenn man den Leuten sagt, ja Mensch, mach doch mal mehr Sport. Der macht ja gar keinen Bock. Erst, erst wenn man ein anderes Level erreicht hat, dann war das gut. Er hat das Beispiel genannt, ja, im Central Park laufen, boah, du kommst nach Hause, bist total geflasht, du bist im Central Park gelaufen, wie geil und würdest du wieder machen und das Highlight in deinem Urlaub oder was auch immer in deiner Städtereise, ja, sag das mal jemandem, der noch nie gelaufen ist und dann da komplett im Arsch ankommt und kurz vor der Kotzgrenze ins Ziel kommt. Und das ist ganz interessant. Also die Folge kann man sich mal anhören, das ist die Folge zwei, sechs, drei. Aber du verlinkst das in den Shownotes. Genau, wo viele Dinge drin sind, die hängen geblieben sind, die vielleicht auch motivierend sind, die eine oder andere Routine mehr zu machen im Leben. Dann ein zweiter, Life-Changing Lessons on Health and Happiness und so weiter, ich kürze das so ein bisschen ab von Robert Waldinger, auch sehr interessant und da ist hängen geblieben, der hat über das Thema Relationship gesprochen. Du kannst dich gesund ernähren, kannst Sport machen, wie du willst, wenn du keine Beziehung zwischen Menschen hast. Ja, es fehlt ein Baustein. Dann wirst du trotzdem krank und, was weiß ich, unfit oder depressiv. Oft geht es ja auch um andere Krankheiten. Also finde ich auch eine tolle Folge, wo man mal reinhören kann und wo wir, die Quintessenz, auch so typisch Männer, die Frauen machen das. Die verabreden sich jeden Abend mit ihrer Freundin, gehen vielleicht mal einen Kaffee trinken und sonst wie wir Männer, bis wir das mal hinkriegen, uns zu verabreden. Also entweder man hat so einen Skat-Abend und so, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr so oder Stammtisch. Ganz interessant. Und dann gibt es noch einen Podcast mit Jessie Inchospe. Das ist aber eine interessante Nase. Französin. Inchospe mit E-Axentigu. Keine Ahnung. The scary new research on sugar and how to make you addicted to it. Auch sehr spannend. Das geht um das Thema Zucker, aber auch um Lösungen. Ja, wie kann ich trotzdem Zucker essen, ohne dass ich diese Insulin-Spikes oder wie kriegt man das in den Griff? Abhängigkeit addicted. Ja, genau. Und sie hat auch ein Buch geschrieben und da geht es natürlich viel auch um ihr Buch. Das Buch habe ich auch zu Hause. Könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken. Also das ist die Folge 243, die ich auch sehr empfehlen kann. 243. Ja, viele Podcasts. Ja, der haut auch jede Woche Folgen raus. Ich weiß gar nicht, ob der noch was anderes macht. Jedenfalls auch eine Folge und das sind ja alles, geht ums Thema Gesundheit, aber nicht so, also über so einen Weg, wo man sagen kann, da trifft man auch Leute mit, die sagen, die haben da eigentlich gar nicht so einen Bock drauf, aber vielleicht, da sind so, da sind in jedem von denen sind so Lösungsansätze drin, wo ich sage, ja, die hätte ich, bestimmt habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Warum ist vielleicht so ein Helmut Schmidt, obwohl er geraucht hat, bis zum Lebensende 90 geworden? Ja, vielleicht, weil er einfach die geilsten Beziehungen in seinem Leben hatte und immer mit Menschen zu tun hatte und immer viel zu reden hatte und sonst wie vielleicht hat den, also nicht, dass ich das empfehlen würde. Aber bei so viel Kippen, das ist auch Glück, dass er da so durchgekommen ist. Ja, aber wo man sagt, okay, es braucht dann doch mehr Baustellen und auch dieses Zuckerthema, was ja auch, wo ich mich immer mit beschäftigt habe, wo ich dann gesagt habe, ja, die hat ja eigentlich recht. Also man kann es ja vielleicht trotzdem sein Stück. Also sie erzählt auch, wie nach Lösungen, naja, das Stück Kuchen will sie sich trotzdem nicht vom Brot nehmen lassen als Französer. Das Kroissant auch nicht. Das klingt sympathisch. Hat auch so ein paar witzige Regeln. Also das ist mein Pick, gerade jetzt für den Sommer, wo man vielleicht mal ein bisschen Zeit hat, im Urlaub was zu hören oder im Flugzeug oder was auch immer. Also kann ich sehr empfehlen. Allerdings auf Englisch, aber eigentlich meistens immer Gäste, die gut verständlich sind, weil es ja selbst Fremdsprachler sind. Ah ja. Französisches Englisch kann man dann als Deutscher auch ganz gut verstehen. Das sind meine Pics. Was der Sensation ist, Entschuldigung, dass ich da nochmal die Bresche für Jens Vogt mache, da ich ja nur Englisch, die Tour de France gesehen habe, habe ich auch Jens Vogt nur Englisch reden gehört. Ist ja der Knaller. Haus dich weg. Aber er ist ja nicht mehr Englisch-Hart-Co-Kommentator, sondern nur noch auf dem Motorrad gewesen. Ja, aber der Knaller. Ja. Wir kennen uns ja gar nicht, aber dafür kriegt er ja den Englischsten Orden, den man sieht. Er ist der Knaller. Ja, aber da lachen sich ja, da ist er ja auch Thema in den englischen Podcasts schon gewesen. Ist sensationell. Jens Vogt. Also Applaus dafür ist mein Pick. Ist mein Pick. Du hast ja den deutschen Kommentar nicht gehört, aber der deutsche Kommentar ist ja auch geil bei ihm. Weil er ja so eine, er hat ja eine Sprache. Ja, ja, ja. Ja, ja, die tun dann da nach vorne fahren und so. Und das will ich jetzt nicht, meine ich nicht despektierlich. Nein, nein, also ich meinte das auch eher. Das gehört bei Jens Vogt dazu. Das ist absolutes Entertainment und nicht, dass er sich damit lächerlich macht. Das ist wirklich ein pures Entertainment. Wir sind ja auch gar nicht. Geh bloß nicht zum Rhetorik-Trainer. Lass das so. Das gehört dazu. Der muss genau so sein wie er ist. Auch im Deutschen. Und dann. Und wie die Schnauze gewachsen ist. Der hat nicht einen. Finde ich super. Also Jens Vogt ist mein heimlicher Pick. Jens Vogt ist auch ein kleiner Pick von dir. Nee, dann haben wir es heute. Dann werde ich jetzt hier in deiner Abwesenheit mal das Studio weiter optimieren, das Neue. Lasst euch überraschen, ob ich ein paar Kommentare schicke. Genau, lasst euch überraschen, was wir hier machen. Vielleicht mache ich mal eine Folge mit André zusammen. Vielleicht, wie auch immer, vielleicht finde ich noch einen Gast in deiner Abwesenheit. Du bist jetzt ja roundabout anderthalb, zwei Monate nicht hier in der Sendung. Ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Ich bin so lange weg, bis ich die Tour geschafft habe. Hoffentlich. Es gibt viele Unwägsamkeiten unterwegs. Momentan machen viele Sachen Probleme. Was denn? Der Verkehrsunfall, den ich gerade eine halbe Stunde vor dieser Podcastaufnahme hatte. Ja gut, das ist ein bisschen Bürokratie. Aber es ist Bürokratie, der mich stresst vor dem Abflug, diese Bürokratie aufs Auge gedrückt zu kriegen. Unfallbericht. Unfallbericht. Polizei war schon da und der andere Verkehrsteil nicht weiß. Aber es war ein Blechschaden am Ende wenigstens. Es ist ein Blechschaden, kein körperlicher Schaden, aber trotzdem ist mir die Vorfahrt genommen worden, Vollgas gebremst und trotzdem nicht geschafft. Das sorgt schon für ganz schön viel Adrenalin. Ja, das glaube ich. Also ganz oft so eine richtige Vollgasbremsung. Und dann habe ich dich ja angerufen, ich komme nicht pünktlich zum Podcast, deswegen sind wir jetzt auf... Jetzt haben wir ein bisschen Zeitdruck. Du musst in zwei Minuten nach Hause. Das regeln wir noch. Die habe ich in dem Fall, sprechen wir aus hier noch. Da hast du schon, das passt schon. Aber es ist ja trotzdem so kurz vorm Abflug Mist. Naja, aber sonst Rad lädt, Karton ist gepackt. Das ist alles gepackt und jetzt gibt es in Montana viele Waldbrände. Aktuell ein bisschen doof. Und Waldbrände drumherum fahren wäre nicht das Problem, wenn der Qualm nicht wäre. Stimmt, Kanada ist Waldbrände. Selbst da, wo wir im Herbst fahren. Das ist USA und da ist jetzt richtig Waldbrände. Genau neben der Strecke so ein Mist. Aber wir starten ja noch nicht in Montana, sondern starten ja in Kanada. Let's see. Holger hat auch schon bei Instagram die Strecke nochmal gepostet. Dem habe ich auch schon mal viel Glück gewünscht. Auf diesen Wege, Holger. Ich habe einen super Pick jetzt noch, das kann ich jetzt noch raushauen. Den mache ich noch, der ist vielleicht für dich auch interessant. Und zwar kann man bei Garmin InReach, und das habe ich nie gemacht. Ich habe den Garmin InReach immer nur gehabt, um die Positionsmeldung zu schicken, wo bin ich. Dieses Garmin InReach ist ein Satellitensystem. Notfallsystem. Notfallsystem. Tracker auch. Tracker auch. Aber das Coolste, was ich jetzt tatsächlich auch tatsächlich erst letzte Woche entdeckt habe, weil ich ein bisschen Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich gedacht, noch cooler. Ihr lacht jetzt über die Sachen, aber wenn ich die als neue Sache entdecke, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dann ist das jetzt trotzdem auch nochmal ein Pick oder ein Tipp. Habe ich mich gedacht, noch cooler ist es ja, wenn ich die komplette Strecke, die ich fahren möchte, in den InReach auf den Server packe, nicht auf das InReach packe, sondern auf den Server von explore.gamin.com packe. Über die Webseite. Genau, die Strecke importiere, die hinterlege und sage, das ist das, was ich gerne fahren möchte, das ist die Strecke von Kanada nach Mexiko, die ich fahren möchte. Und wenn dann die Verwandtschaft und den Leuten, denen ich diesen geheimen Link dann schicke, um mich zu tracken und orten zu können, dass die dann ein Overlay haben, da ist so ein kleiner blauer Pfeil, ah, da ist mein Papa oder mein Ehemann oder mein Sohn oder wer auch immer das jetzt bekommt, um genau zu sehen können, ah ja, er ist genau auf der Strecke, ah, er ist jetzt in die Stadt gefahren, weil hier und da und da ist eine Abweichung und dass man ein Gefühl dafür kriegt, wo ist jetzt dieser, dieser Overlay ist ja glaube ich ein Begriff, den ich jetzt nicht erklären muss. Ah, ist cool. Und das hatte ich vorher nicht gemacht, aber das ist ja total cool, wenn du jetzt sagst, naja, dann wissen sie, ah, morgen ist er da, morgen ist er da, morgen ist er da. Die Visualisierung ist einfach der Burner. Vielleicht mache ich davon einfach, weil ich die Seite natürlich geheim halte, mal einen Mini-Screenshot ausdrückt, dass ihr euch dann, vielleicht lade ich das dann bei Strava oder Komoot mal mit hoch. Ja, oder du schickst mir einen Link und damit ich mal einen Screenshot hier im Hintergrund machen kann, wo du gerade bist. Ja, alles gut. Und was ganz, ganz, ganz wichtig an der Sache ist, dass man, wenn man den Link wirklich geheim hält und nicht verrät, dann natürlich auch extern die Möglichkeit freischalten kann, dass man jemandem die Ermächtigung gibt, hat, okay, der hat sich nicht gemeldet, ich will wissen, wo er ist. Dass man also, und das kostet halt Geld. Das ist eine Standortabfrage. Das ist eine Standortabfrage. Aber wenn der Link jetzt öffentlich wäre und jemand sagt, oh, ich möchte mal gerne wissen, wo der Ingo ist, dann ist der eigentlich in Bordeaux. Aber ist es nicht so, dass du so alle zehn Minuten so einen Punkt sendest? Genau, aber es könnte ja sein, dass du, warum, wie auch immer, jetzt in dem Moment, weil zwischen, ich habe eine Testfahrt am Wochenende, die letzte Fahrt gehabt, da habe ich alle 20 Minuten Intervall gemacht. Du, der Deister hat auch nur drei Punkte gekriegt, weil ich bin ja nur in einer Stunde durch den Deister gefahren. Ja, ja, klar. Das heißt, das Gebiet zwischen den 20 Minuten ist schon relativ weit. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, der hat keine, da ist nichts, da ist irgendwas komisch, nicht koscher oder irgendwas, dann kann man ja sagen, ich möchte jetzt explizit die Standortabfrage haben. Und das ist natürlich toll, wenn man diesen Link geheim hält und so gern man natürlich Sachen mit der Welt teilt, ist das natürlich schon eine Sache, da geht es halt um persönliche Safety. Ja, ja, du Kai, das ist, da finde ich es auch gut. Also selbst über Strava teilen ist ja manchmal schon, ich habe jetzt diese komischen Läufe da auch geteilt, wo ich mit dem Autoland gefahren bin. Aber da muss man sich trotzdem im Klaren sein, ja, ich mache das jetzt, ist mir auch bewusst, dass die sehen, ich fahre von Frankreich jetzt nach Hannover und an der Ladestation bin ich laufen gegangen. Ja, das ist ja auch ganz lustig eher. Genau, es war lustig gemeint, aber in dem Augenblick habe ich auch drüber nachgedacht. Die können ja, die wissen jetzt ganz genau von Punkt zu Punkt, wo ich hinfahre. Genau. Die können theoretisch an der Autobahn, eins wissen sie ja, da müsste er jetzt lang kommen. Genau. Könnten sie stehen. Und das ist jetzt bei mir im Auto egal, fahre ich einfach dran vorbei, wenn da einer steht, aber wenn du natürlich mit dem Rad und sonst wie ist das was anderes. Ingo, der Punkt ist gekommen, wo ich jetzt. Jetzt zum zweiten Mal verabschieden wir uns. Verabschiedest du dich hier im Podcast. Jetzt muss ich wirklich los. Genau. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch. Dir nochmal eine gute Reise. Holger, an dich schöne Grüße auf diesem Wege. War doch ein schöner Zwischenstopp mit der Tour de France. Konnte ich mir auch nicht nehmen lassen, ehrlich gesagt. War auch viel zu erzählen und hat auch Spaß gemacht, glaube ich. Macht's gut. Ich glaube, die, die die Tour de France verfolgt haben, haben wir jetzt auch ein bisschen einen kleinen Mehrwert, hoffe ich, dass wir das diskutiert haben und unsere Meinung kundgetan haben. Aha. Also in diesem Sinne, alles Gute euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020